... auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Das ist das, was ich verstehe, aber das ist ein Tonband, das ist ein Tonband, das ist ein Tonband, ja? Ja. Bitte Ihre Personalien, Sie heißen mit Vornamen. Ich heiße, Herr Rechtsanwalter, ich will proben, Deutsch zu sprechen und vielleicht, wenn ich mich nicht gut ausdrücke, dass der Herr Tolmetscher mir, sollte mir, dann ist es vielleicht. Also, Sie heißen mit Vornamen. Ich name Philipp. Philipp, wie alt? 43 Jahre. Ich denke 42. No, schon 43. 42 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Ja. Von Beruf? Beamter. Beamter, sind Sie nicht geschieden oder sind Sie wieder verheiratet? Ich bin einmal geschieden und zum Zweiten verheiratet. Da sind Sie zurzeit verheiratet, sind Beamter und wohnen in? Ich wohne in Prag. In Prag. Herr Zeuge, Sie sind im Konzentrationslager Auschwitz gewesen. Und zwar wurden Sie dorthin gebracht aus der Slowakei. Ja. Wann sind Sie hingekommen nach Auschwitz? Aus raschischen Gründen. Ja. Nach Auschwitz kam ich den 13. April 1942. Und hatten welche Häftlingsnummer? 29.236. Ja. 236. In welches Lager sind Sie zunächst aufgenommen worden? Ich wurde ausgenommen im Stammlager des Konzentrationslagers Auschwitz. Ja. Waren Sie nicht einige Tage auch in Birkenau? Nachher war ich in Birkenau. Nachher. Zunächst kamen Sie nach Auschwitz und wie lange blieben Sie dort im Stammlager? Also am nächsten Tag wurden wir abtransportiert nach Birkenau. Und wo wurden Sie in Birkenau untergebracht? In welchem Lager? Damals war noch der Lager, wo in den 45., 43. Jahren waren schon die Frauen. Also in dem Lager B1. Und wie lange blieben Sie dort? In Birkenau bleibe ich gegenüber ein paar Tagen, nicht vier, fünf, sechs oder sieben Tage. Das kenne ich mich schon nicht. Und kam dann erneut wieder ins Stammlager? Ja. Nach Auschwitz, ja? Ja. Und wo wurden Sie beschäftigt? In Birkenau. Nein, wie Sie wieder nach Auschwitz kamen? Nach Auschwitz kam ich in Block 11. In Block 5? 11. 11. 11. Block 11. War das ein Quarantäne-Block? No, das waren auch Quarantäne. Aber auch 250 Juden von meinem Transport kamen nach in den Block 11 damals. Ja. War das damals noch kein Gefängnis? Also noch kein Bunga, wie sich die Leute ausdrückten? Ja, das war Arrest. Ja, aber am ersten Mal habe ich es nicht gewusst. Ich kam dort hin und die Bunker waren schon damals. Und wo waren Sie im Block 11 untergebracht? Im ersten Stock oder im Parterre? Und unten. Im Keller? Im Keller? Im Parterre? Im ersten Stock. Im Erdgeschoss? Sondern im Erdgeschoss. Nun, wie lange waren Sie im Block 11 untergebracht? Bis wann? No, im Block 11 fahren wir einige Tage nach dem Buna-Kommando. Einige Tage nach dem Buna-Kommando? Wie soll ich das auffassen? Wie lange sind Sie dort gewesen? Ich in dem Buna-Kommando? Nein, im Block 11. Im Block 11 war ich bis zum, aber dann war ich im Bunker im Block 11. Das erste Mal war ich, habe ich ausgerückt im Buna-Kommando. Ja. Und nachher, das war einmal Samstag, da kann ich mich sehr gut erinnern, weil man damals, die Häftlinge schlafen immer Samstag, eine Uhr war oder mehr vielleicht zum Schlafen. Also, ja, eine Pflichtruhe, ja. Ja, und ich mit einem Kameraden, Franzosen, der heißt Loulou, Maurice, wir haben einen großen Durst. Ja. Ja. Beim Schlafen gehen wir, wie die Häftlinge schlafen, da gehen wir am Nadu. In den Hof? In den Hof, den Block 11, da waren Tee in so einem großen... In einem Kessel, ja. Ja, mehr, ja. Und wir wollen trinken. Ja. In dem Tee, ja. Und damals hat uns dort gesehen der Kommandant dem Auschwitz, Aumeier. Ja. Und noch mit einem, ich weiß nicht, ob er Unterscharführer oder Oberscharführer war, aber das war der Blockführer von dem Block 11. Ja. Und sie sehen uns und fragen, was wir tun hier. Da haben wir gesagt, dass wir... Tee trinken wollen. Dass wir haben Durst und dass wir haben getrunken, den Tee. Der Aufmeier sagt uns, also zeigst, welches Fass das war. In welchem, wo ihr habt ihr das getrunken. Und wir haben es gezeigt. Nachher haben wir es gesagt, er hat uns Bescheid gegeben, dass wir so sich satt trinken. Weil wir trinken und er drückt uns in den Kopf hinein mit dem Blockführer. Ja, denn mehr, ich weiß nicht, ob mir das gehalten hat, der Aumeier oder den Zweiten. Und wir müssen es ja doppelt haben. Wir müssen es ja doppelt haben. Ja, wir müssen es also... Doppelt, Utoppelt ist mir. Utoppelt, nein. Ja, Utoppelt. Sie waren mit dem Kopf unter Wasser. Ja. Wir konnten nicht schon atmen, da gehen wir in... Sie sind am Erstecken, ja. Und da liegen wir, ich selbst, nach einer Minute, da weiß ich, komme ich auf, da kommt der Block 11. Von dem Block 11 zu mir, das war ein deutscher Häftling, der dort war. Wie hieß denn der? Vornamen wissen Sie auch nicht. Auch nicht, das merke ich schon nicht. Und er sagt uns, dass wir sollen zu der Blockführerstube, zu dem Hof ins Block gehen. Da gehen wir nach Hodobu. Über den Gang. Über den Gang. Und die linke Seite, wo der Gang war, ist eine Stube gewesen, wo der Blockführer hat seinen Sitz. Und der Blockführer nimmt uns über den Lager und zwei, den Franzosen und mich, und er nimmt uns zu dem Tor. Wurde, wo geschrieben war, Arbeit macht frei zu dem Tor. Dort stehen wir, ein paar Minuten, und nachher kommen zwei Posten, SS-Posten. Und sie sagen uns, rechts, rechts und dann gerade, sollen wir gehen und wir kommen zu einem Gebäude. Das Gebäude, das Gebäude, dort war ein Tor, es waren zwei Toren von zwei Seiten. Und sie, dort war kein Zwonek. Keine Klinge. Keine Klinge. Sie haben geklopft. Geklopft. Und da haben wir gesehen, einen Hof, wo wir gehen, dass wir sollen reingehen, da kommen wir herein. Und dann, den Tor hat aufgemacht, damals ein Unterschärfführer, ich kann ihm, ich kann nicht zeigen, wer es war, wenn es war, wenn es war, Unterschärfführer Stark. Nun, dann suchen Sie mal, wo er ist. No. Dieser da. Ja, gut, dann setzen Sie sich wieder hin. Und was geschah? Und die Posten gehen weg. Der Stark hatte einen Beitsch und er schlagt uns gleich und sagt, los, los, herein, herein, ihr Schweinehunde. So hat er es gesagt. Ja. Wir wissen nicht, wo wir sind. War das am Samstag, oder? Das war am Samstag, den Tag, den Tag Nachmittag, Samstag Nachmittag. Samstag Nachmittag. Ich weiß es nur darum, weil Samstag haben wir immer geschlafen, die Häftlinge, darum weiß ich es. Na ja, da kommen wir, und nachher gehen wir herein, Protinam, Protinam, nach Protinam. Gegenüber. Gegenüber. Noch eine Tür, da sehen wir einen Rotofen und dort sind, da haben schon gearbeitet, drei Häftlinge und einen Wagen. Und sie liegen auf dem Wagen, da waren ein paar Leiche, Menschen, ja. Ich habe, mir war 20 Jahre, ich habe niemals eine Leiche gesehen, da musste ich stehen, ja. Er nimmt wieder den Weitsch und los, rein, rein, schnell die Leiche ausziehen. Und er triebt uns rechts in einem Tor. Das war ein Tor. Und da sehe ich, so gegenüber, ich habe es nicht, aber wie ich meine, das waren 700 Leiche, aber sie waren bezogen. Angezogen. Kufas, Kinder, Männer, Frauen. Und mit Pakete waren sie auch, alles. Ja, und an der rechten Seite wurden noch, so gegenüber 100 Menschen, die in einem, die Steine, 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 mit einem gleichen Herrn. Mit kleinen gleichen Herrn, und hier haben sie gehabt, SU, ja, Sowjetunion. Sowjetunion. Und Koffer, die waren, wie die Otergenius, Roswithi. Koffer waren geöffnet und zerstört. Zerstört. Da haben wir Brot war drin und alle Kleider, was sie mit zu, mit zu, und voll Blut. Ja, alles verblutet, ja, und die Leichen liegen dort und wir stehen wieder. Also los, los, die Leichen, müsst ihr ausziehen. Ausziehen die Leichen. Er schlagt uns. Das war, na jetzt, die Leichen, also, gehen wir zu den Leichen. Ich fange an, ja, die Schuhe, das war eine, nicht nur physische, aber es war eine schreckliche Arbeit, wo die Leichen waren, steif. Da können wir nicht das ausziehen und da geben wir das auf einen Haufen. Aber das war alles, und wenn er stark sieht, das sagen wir, eine, etwas zerrissen worden ist. Dann sagen wir, eine Strumpf zerrissen wir, da schlagt er uns das im Ganzen. Los, los, machen, arbeiten, arbeiten, los, los. Und so haben wir, waren wir dort. Waren denn diese Leichen, Sie sagten, voller Blut. Haben Sie denn gesehen, ob die Wunden an sich hatten, ob sie, waren sie erschossen? Nein, nein, sie waren nicht erschossen, sie waren vergast, aber wenn ich zum ersten Mal komme, da habe ich nicht geweist. Nachher haben wir gesehen, dass unten, das war ein Saal, unten war ein großer Ventilator, der in Betrieb war. Ja, unten dort war noch, war noch so eine, solche, das war grünen Kristallen, solche grünen Kristallen. Und ein Meter von sie war nicht, waren keine Menschen. Ja, und nachher war es voll, mehr wie eins, noch mehr wie ein Meter, weil die Menschen sterben in Stehen. Das war voll, das war überhaupt voll. Sagen wir, haben wir gesehen, Kind, ein Kind, das ist in Brust, die Mutter hat Pieno. Schaum. Eine, so Schaum. Schaum vor dem Mund. Ja, und so in Stehen sterben die Menschen, weil es war so hoch. Ja, und was waren da grüne Kristalle noch gelegen? Das war der Gas. Ja, haben die denn kein Gas mehr abgegeben, die grünen Kristalle? Nein, die grünen Kristallen, die geben, nachher haben keinen Gas gegeben. Und es hat nur so einen Geruch, so war es. Jako, diese Studeni, diese Pali, um ihr Studel, der Lichten, Pevni-Licht. Diese Pali, Studeni, zur... Pevni, Pevni, Pevni. Ah ja, wenn ein fester Petroleum... Nee, ein Spiritus, der eine Kostchen, ich möchte so sagen, ein Spiritus... Fest. Fest, das Spiritus, man zieht an. Ja. Ja. Und ich sage es, warum ich es sage, weil wenn ich mit meiner Frau und Kinder... Auf Wanderschaft machen, ja. Ah ja, da, sie dürfte es nicht, weil das geht mir immer... Ja. Weil so ein Geruch war es. Ein bisschen so wie Mandel. Ja. Aber so ein Geruch war es. Wie ist es? Ja, und Sie haben also dann diese Leichen ausziehen müssen, ja? Ja, wir müssen diese Leichen ausziehen und nachher kommt wieder der Stark, weil es brennen nur zwei Ofen in dem Krematorium. Also das war eine so eine... Und drin waren zwei Ofen, ja? Ja. Krematorium Auschwitz waren sechs Ofen zusammen. Ja. Sechs Ofen und Schienen, die man das... Die Wagen hin und her schicken kann. Ja, die Wagen, ja. Ja. Und nachher kommt wieder Stark und triebt uns, wir sollen... Er nimmt zwei Häftlinge. Zwischen die zwei war der Französer, der Neuer, der Loulouge Morris und ich. Wir sollen gehen schlacken, die Ofen. Aber wir haben doch nicht gewusst, wo, da kriegen wir einen Hammer und noch eine, so eine... Ein Meisel, ja. Ein Meisel. Ja, ein Meisel und ich machte es, ich kannte es nicht. Da schlagte er uns wieder, ja? Und er erzündet, die zwei Ofen wurden dann entzündet von Stark und von einem Häftling mit Namen Fischl. Ja. Fischl, sag ich jetzt darum, weil der Stark hat das Kommando so genannt. Ja. Er hat ja nie gesagt zu uns Sonderkommando, Sonder Fischl-Kommando. Der Fischl, das war ein polnischer Häftling, der gearbeitet hat als Vorarbeiter. Ja. Und nachher, also... Und wie viele waren jetzt drin von den Häftlingen in diesem Krematorium? Ja, in diesem Krematorium waren wir sieben jetzt. Sieben. Ich kann auch sagen, die Namen, weil das... Sieben. Sieben. Also war dort mit mir gekommen Lulus Moritz, das ist ein Franzose. Dort war damals Moritz Schwarz aus Preshov oder Bardeyov, das kenne ich schon nicht. Wie war das? Moritz Schwarz. Schwarz Moritz. Ja, Schwarz Moritz. Ein Jude von Slowakei. Ja. Was war mit dem? Der hat dort gearbeitet, vorher, bis wir kommen. Ja. Ja, weil wenn wir kommen, da waren schon dort fünf Häftlinge. Ja. Drei haben gearbeitet bei der Verbrennung und die zwei haben auch ausgezogen, die Leichen. Also waren doch die Öfen schon in Brand. Ja, in Brand, aber nur zwei. Nur zwei. Und wie viele Öfen waren da? Sechs. Drei, äh... Drei, also... Du bist ein Quadro. Auf jeden Quadro waren es zwei Pätschen. Das waren drei Quadraten. Das waren Quadrate. Quadrate, das waren drei Quadrate. In jedem Quadrat waren zwei, sind zwei Öfen. Ja? Zusammen also sechs. Ja? So ist es. Und das war also Luluz Moritz mit mir, dann Moritz Schwarz von Slowakei. Nachher war Neumann, der hat einen Auge gehabt, hier verbanden, verband, nur ein Auge. Dann war dort Goldschmidt, mit Namen Goldschmidt. Dann war dort, wenn ich noch denken kann, Philipp Weiss. Er heißt Philipp Weiss, ist von meiner Stadt, wo ich geboren habe, von Serent Ambak in Slowakei. Ja? Also zusammen waren wir dort sieben. Ja. Ja. Und nachher ist so, dass stark also, wenn die Ofen schon brennen, da müssen wir die Leichen rein, rein, schieben, schieben. Auf einem Wagen musste man drei Leiche geben. Drei Leiche. Das war ja so ein Wagen von Splechuteri. Aus Blech, ein Wagen aus Blech. Aus Blech Wagen. Ja. Da fließt man Wasser und auf diesem Wasser legt man drei Leiche. Die Leiche, dort waren Schienen. Und Sie haben sie hineingeschoben? Ja. Ja, da habe ich noch einen Andenken von dem, weil ich musste, wenn er zieht heraus den Wagen, der ein Heftwinkel, da musste einer halten die Schiene. Ich habe das da her und das macht mir. Ja. Und nachdem musste man nach ein paar Minuten, wenn die Leichen schon brennen, musste man die Ventilators, das waren auch Ventilators, einschalten. Und wir wissen doch, wie das, ja, wir konnten das nicht. Wir sehen das nur das erste Mal. Und die Ventilators, die waren mehr in einem Betrieb. Die Ventilators, die waren zu lange in einem Betrieb. Und da kommt ein Feuer im Krematorium. Das Feuer ist ausgeboren. Ja, Feuer. Weil die Ventilator gehen mehr, als man dürfte. Und darum ist das Feuer. Und da müssen wir mit Wasser diese Löcher löschen. Und dabei können schon nicht drei Häftlinge, weil er stark hat das Losen geflogen. Wie, ich kann doch, das kann ich noch nicht schildern, was er dort gemacht hat. Und die drei Häftlinge kennen schon nicht. Wie die drei Häftlinge? Die waren schon, die waren schon, die waren schon physisch vernichtet. Sie können schon nicht laufen mit dem Wasser. Können Sie, Herr Rechtsanwalt, auch bitte ins Mikrofon sprechen, gell? Und Sie können nicht. Da nimmt der Revolver, stark. Von meinen Augen schießt er. Philipp Weiß, Goldschmidt und Neumann. Diese drei wurden erschossen. Von Stark. Drei. Da habe ich es gesehen, da war ich dabei. Nachher, das war schon so gegenüber Abend, kommen Autos, große Autos, Lastautos. Und wir müssen die Leichen auf das Auto herauf. Und fahren bei der Nacht raus vom Lager und kamen in ein Feld. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und dort war eine große, große Grube. Wir haben nur gesehen, dass die Grube Wasser Wasser war bei dieser Nacht. Und wir müssen die Leichen, aber da waren wir schon, da waren wir schon vier, nicht sieben. Weil die drei wurden schon erschossen. Und wir müssen die Leiche in diese Grube, in die Wasser, nachher, hereinwerfen, bei dieser Nacht. Nur, es könnten sein, vier oder fünfhundert Leichen, weil etwas hat man verbrannt, ins Krematorium vor dem Feuer. Und diese Leiche, müssen wir werfen in diesen Gruben. Bei der Nacht, wieder mit Autos, wie wir fahren mit den Autos, da riecht unter uns ein Auto mit einem roten Kreuz, er hatte einen roten Kreuz, und einen großen Reflektor. Wenn wir fahren dort, zurück schon nicht. Zurück war mit uns SS-Puste. Zwei oder, das weiß ich schon nicht wie viel. kamen wir in das Lager und stark selbst, führten wir uns wieder in Block 11. Wieder in Block 11, diese Nacht in Block 11. Da nimmt uns an der Blockführer von dem Block 11, und gibt uns im Bunker. Da war ich zum ersten Mal, da habe ich gesehen, den Bunker vom Block 11. Die Zelle des Bunkers war, dort war kein Licht, überhaupt, das war dunkel, aber damals war doch Nacht, ja, aber erst früh haben wir gesehen, dass überhaupt, da waren wir, und kommen nicht im Bunker. Nachher, er sperrt zu, da hören wir schon, dass früh ist, vom Bunker hat man gehört, weil die Häftlinge am Block 11 waren, da hört man es gut, aber kein Licht. Wir wissen nicht, wo wir sind, und so vier Menschen sind wir in diesem Bunker. Nachher, wieder die Schlüssel, ich möchte noch so sagen, dass der Bunker war auf die, wenn man geht herunter, auf die linke Seite, wenn man herunter kommt, auf die linke Seite. Und nachher, also, wieder die Schlüssel, den Blockführer, und diese Schlüssel, das war doch furchtbar, wenn man hat die Schlüssel, der Häftling, der im Bunker war, und hört den Schlüssel, wieder mit dem Schlüssel, der Blockführer kommt, das war schon freundlich. Macht man auf die Tee und gibt uns Essen und Suppe, am Morgen. Das war schon gegenüber Mittag, aber wir haben nicht gesehen, weil es war dunkel. Nach dem Essen, nach dem Essen, ja, sind gekommen, wieder, eine halbe Stunde nach dem, kommen wieder mit den Schlüsseln der Blockführer und bringen drei Häftlinge zu uns in den Bunkern. Dunkel im Raum. Und das waren, wenn wir dann herausgehen, das war, gesprochen mit ihr, das waren Franzosen, französische Häftlinge. Ich glaube, einer lebt, er ist aber krank, er lebt noch, Samuel Jankowski von Frankreich. und nachher hören wir, wie von dem, was ist das, von dem Hof, weil der Bunker, ich habe es, ich kann es zeigen, wer vielleicht hatte eine, ja, so war es, nicht, ich muss mich, muss mich ein bisschen, das war nicht, wir von dem, er macht die Schlüssel auf, ja, mit dieser Franz, und wir fahren, wir gehen, um das, mit dem Blockführer wieder, zu der Blockführerstube, wo wieder der Arbeit macht frei, bei dem Tor. Vor der Fahrbereitschaft, steht ein Auto, äh, Hassitsche Auto, Hassitschik. Ein Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto. Das war ein zugemachtes Auto. Und diesem Auto, gehen wir, alle sieben, herein, ja, dort war stark auch, und wir fahren wieder zu der Grube, wo wir bei der Nacht waren. Sie lassen uns, gegenüber eine Stunde, ja, Abseits stehen. Ab, ja, von dort, sie lassen uns, von diesem, Absatz, weil das Feuerwehr, das Auto nimmt, das Wasser heraus, das Wasser heraus. Und nachher, war es dann schrecklich. Diesen sieben Heftlinke, was wir dort waren, müssen wir in den Graben, aber das war, bisher war es, Schlamm, war es, nicht Wasser, sondern schon, Schlamm, ein Stumpf, ein Stumpf, ein Stumpf, ja. Bisher, und sie, wir müssen die Leiche zusammen, zusammen, auf eine, nein, einen Haufen dringen. Oben war, oben war, auf Maiher, das war oben, auf Maiher, der Kommandant, dann war dort Grabener, und, die waren oben, nochmählige, SS-Offiziere, wie ich schon, ich kann mich erinnern, a postranie, postranie toho Swahu, zur Seite dieses Abhangs, war wieder stark, der dirigierte es, der dirigierte, wir müssen die, alle die Leichen ziehen, ziehen, herausziehen, von dem Wasser, auf einen, einen Haufen, Haufen geben, das war, und wir können nicht, weil, die Leiche waren schon, voll Wasser, wenn wir sie nehmen, da, grätschte man ab, ja, wir fallen in das Wasser, und, stark treibt uns, wie ein, wie die notieren, das kann man noch, überhaupt nicht sagen, ja, und wieder, zwei französische, äh, französische, aber was, französische Häftlinge, die können schon nicht, ja, und das war so, das war, äh, mehr wie zwei Meter, um, so die Leichen, ja, von anderer Seite, und sie, machen so, weil sie schon, und ist der Obstheriot, die Mertion, ist der Olli-Stat, Sie haben sich gestützt, hat die Toten, Sie konnten nicht verstehen, und, äh, der Stark sagt, was ist los, ihr Moritz, ich sei schon kaputt, nimmt der Revolver, einen zweiten Schießler, das habe ich auch gesehen, dabei war ich, nach diesem Album, kommen wir wieder in Lager, Auschwitz, und, äh, damals haben wir, wir fahren schon nicht mit Auto, sondern, wir müssen, äh, wir müssen Laufschritt, äh, Udigat, wir müssen zu Fuß laufen, zu Fuß laufen, nicht mit dem Auto, da waren wir, in die Gräber waren wir, äh, Oblecheni, wir waren bekleidet, und voll mit, mit, mit Blut, und, äh, voll mit, äh, Sablazen, Spinner, wie, verschmutzt, verschmutzt, und so laufen wir, müssen wir laufen, da kamen wir, in den, äh, wieder, zu der Blockführerstube, und, äh, vor der Blockführerstube, wieder nach Block 11, aber, in eine Zelle, ja, in eine Zelle, äh, Nummer 13, in Zelle des Bunker, Nummer 13, also in dieser Zelle, waren wir, dort war schon Licht, dort war, und in dieser Nacht, diese schreckliche Nacht, also, müssen wir, äh, wir waren so schon, Moral, ich möchte sagen, äh, äh, Nietzsche, zusammengebrochen, ja, und verbrochen, dass wir, dass wir, dann auf die Erde, wie die Tiere, äh, schlafen, ja, nachher, kommt es so, das war, das war, an dem Tag, da kommt, an dem anderen Tag, kommt wieder, in der Früh, war er so, der Blockführer, vom Block 11, zum Essen, aber, er macht nur die Tiere auf, aber die Häftlinge, geben dort, weil die Häftlinge, haben es, das Essen geteilt, und wir sagen ihm, er soll uns lassen, ja, vielleicht waschen, oder, und er machte es, und wir gehen, in den Waschraum, rauf, rechts, vor den Hof, die letzte Tiere, wie wir von dem Bunker herausgehen, und in diesen Waschraum kommen wir, andere Kleider, und, äh, wieder, in die Zelle, den Block 13, gehen wir, herunter. Nun, nachher, zum Abend, ich will euch nicht, das Ganze schildern, Abend, auf einmal hören wir, von Hof, jemand, äh, schreit, und, Fischelkommando, Fischelkommando, bereit machen, aber, wir haben, äh, gut erkannt, dass das stark ist, weil ich kann es, noch heute sagen, wie stark spricht, wenn, äh, so, so spricht, ja, loskommando machen, los, schneller, so spricht stark, dass, ja, was hat er gesprochen, Fischelkommando breit machen, breit machen, los, da ziehen wir uns, da ziehen wir uns, äh, 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 die Schuhe, äh, äh, du willst, je bien, die Botti, die, äh, das war Holzschuhe, und, äh, nachher kommt, wir, wir hören die Schlüssel wieder, die Schlüssel, und, kommt wieder der Kommando, wieder macht aus, stark nimmt uns, durch den Lager, und wir sind wieder auf dem Hof, den Krematoriums, wieder auf dem Hof, den Krematoriums, er stellt uns, aber vorher, wollte ich noch sagen, wie wir, wie wir schon, wie wir schon, mit Wasser waren, äh, also gewascht, kommen noch, kommen noch, wieder Häftlinge, zwei slowakische, einer, mit einem Namen Burger, Burger, heißt er, warum wieder sieben? Wie heißt er? Burger, Hans Burger. Stellen Sie das doch ein bisschen weiter zurück, das Mikrofon. bis hinten an der Hand weiter zurück. Burger. Ja. Und, äh, dieser, äh, und mit dieser, äh, er gibt uns, er macht den Tor auf, dem Hof, oder Krematorium ist, und er gibt uns zu einer Wand und sagt, stark wieder, hier wird sie stehen, mit niemandem, als sie sprechen, und warten auf meinen Bescheid, Sonst schieße ich euch. Und da hören wir, nicht hören, da macht sich die, das war Abend, das war schon Abend. Ja? Macht sich, oh, aber war noch ein bisschen Licht, man hat noch gesehen, aber zum Abend, war schon nach dem Appell, nach dem Appell, macht sich die Tür auf, da kommen, welche Tür, äh, des, 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 Krematoriums, die Tor, die Tor, vom Hof zum Krematorium, ja, zum Krematorium, von der Seite, wo die, wo der Lazarett war, die, eine, eine Gebäude, das Lazarett, die Tür nach außen, nach der Straße, ja, nach der Straße, dort waren zwei Türen, eine, wo der Lazarett, und zweite von der Seite, wo die politische Abteilung nachher, oder dort war, ja, und, äh, äh, wir kamen, so gegenüber 300 oder 350 jüdische, Kinder, Frauen, also, sie kamen rein, in Zivil, da sagt, zu sie, aber, damals war es dort, wie ich, wie ich, waren noch andere Offizier, was ich kann, wieder, Grabner, als der Chef, politische Abteilung, wie ich dann gehört habe, und, damals war dort, Aumaya, und von den, Unteroffizieren, die, die, mit stark waren, war ein, Unterscharführer, und ein, Rotenführer, mir sehr sehr wie Vlasi, aber, wie ich, Brille, die, 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 rote Haare, eine rote Haare, und, mit, so, diplomatischen Brille, eine, eine Diplomatenbrille, so eine, so eine, nicht diplomatische, eine, eine, eine offene Brille, ohne Rand, ohne Rand, und, stark fangen an, los, alle ausziehen, ja, die anderen, zwei, machen auch, die Offiziere, die stehen, beim anderen Seiten, Tor, so, und, jetzt sieht man, wie hat das, ich möchte es schildern, wie hat das ausgeschaut, also die Menschen, das waren, das waren, von Polen, Juden von Polen, das haben wir dann gesehen, weil wir müssen dann, die Klamotten sortieren, noch dort, die Menschen, sie, wie wir sehen haben, sie hatten nicht gewusst, wo sie gehen, aber sie haben gewusst, das ist nicht gut, etwas ist nicht gut hier, wenn man, die Frauen, die Kinder, die Männer, alles los, los, ausziehen, und sie schauen, die eine auf den anderen, was wird hier sein, ja, und sie ziehen sich, wenn ich möchte sagen, so langsam, wie sie hätten, die Zeit auf das, dass sie sollen, spekulieren, was kann, ja, sie überlegen sich, was, was sein kann, langsam, sie spekulieren, was, ja, und das geht, paar Minuten, und da, stark wieder, mit die, mit die zwei, äh, SS-Angehörigen, also der Rottenführer, und der Unterscharfführer, mit einem Beiß, zwischen, sie aber nur die, die vorhin waren, los, ausziehen, ausziehen, und jetzt sieht man eine, so war es, sagen wir ein, ein Mann, der zieht sich die Krawatte, wollte sich ziehen, aber er hat sie schon nicht, er hat sie schon vor dem, ausgezogen, oder, er zieht sich hier die, Stiefel aus, er war völlig verwirrt, ja, und, die, die kleinen Kinder, wenn sie sagen, die gehen zu die, äh, die gehen zu die, äh, äh, zu den Eltern, aber sie weinen nicht, sie weinen, sie weinen nicht, waren wahrscheinlich vom Ghetto, oder was, und sie weinen nicht, aber so, äh, schnappen sie, und so geht es, also, die erste, äh, diese erste, 300, oder 350, und dann gehen sie in einem Zimmer, in, in des, in des, in des Krematoriums, von rechts, in eine kleine Stube, dort gehen sie nur durch, und gleich, wieder, äh, gleich wieder in das Gaskammer, das Gaskammer, äh, das war nicht, so groß, wie dann, werde ich schildern, in Birkenau, die Gaskammer, äh, äh, kein Fenster drin, oben, nur, unten, ein Ventilator, und Licht, ja, sie kommen herein, nachher, sperren sie die, äh, die Tür zu, ja, und, wieder kommt stark heraus, und gibt uns den ersten Bescheid, die Klamotten, zusammenziehen, und die geben die Klamotten auf die linke Seite, weil dort, äh, äh, das Krematorium, äh, das Krematorium, äh, das Krematorium hat ein flaches Dach, ein flaches, ja, und da hat man das Dach, also, da hat man die Klamotten, da hat man die Klamotten durchgeführt, das kann man, da kann man, da kann man die Sachen hinlegen, ja, und unten, unter, auf die linke Seite, wie man es sieht, da müssen wir schnell, ja, diese Klamotten durchwerfen, und mit einer Decke, ein paar Decken, viele Decken, es zusammen, dort waren Decken, die müssen wir, drüberlegen, drüberlegen, ja, nachher wieder, dort stehen, und, äh, macht sich die Tiere wieder auf, da kommen wieder, die Menschen, 300, oder mehr, 350, da kann ich schon nicht, habe ich es nicht, aber, nach meinen, und wieder geht die, geht die, geht es wie zu dem ersten Mal, so, so war es, nachher, wir waren nicht drin, ja, damals haben wir, äh, nur am, beim, am Hof waren wir damals, ja, und jetzt, sehen wir, dass die, alle Türen waren, schon zugesperrt, auch die Tiere, wie man geht, rein in das Krematorium, sperrt man zu, stark geht heraus, wo der, von der Seite, zu der SS-Lazarett, zu der Türe war, und da hören wir einmal, Schwern, Kaschel, Husten, einen Husten, und sie schreien, die Menschen, die Kinder, die, die, man hört die Kinder, man alles zusammen, schreit, man, Bauch, in Advegetos, der Kostal ist, wie vor der Ferne ist, zu hören, hören, wie sie schlagen, und hier, dann langsam wieder, wieder schlagen, und so gehen, mehr, nicht mehr, langsam, 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 hierher noch, so, ein Husten, und dann, ein Husten, und dann, verstummte, das, und so geht es, so geht es, und dann, auf einmal, sehen wir, oben, wie das Krematorium war, vor die Türe, steht, stark, Gasmaske, hier, und zwei Puschen, und zwei, wie Konserven, zwei Büchsen, zwei Büchsen, in die Hände, geht, herunter, ja, und, dann fangen an, dann, auch die zwei, dann gehen die Offiziere weg, aber die haben nie, einmal waren sie noch dort, anderes Mal nicht, das war verschieden, ja, aber sie gehen weg, und jetzt, äh, müssen wir, die alle Klamotten, nachsuchen, und sie nehmen, wir müssen nehmen, die Dokumente, von den, die Taschen, alles, und da, war eine große Kiste, eine große Kiste, offen, damals war die Kiste noch offen, war nicht zugesperrt, und wir filmen viele, äh, viele, viel Geld, gut, man, lieber Dollar, Gold, Juwelen, Edelsteine, voll, ja, und, der Stark, nachher, der Unterscharführer, einer, dem hat er gesagt, Klaus, aber ich, ich kann ihm nicht, ja, einen Unterscharführer, Klaus, hat er gesagt, und, einen der Rottenführer, den überhaupt kann ich nicht, den bin, der sagt, das ist, ich kann nicht, nur eine rote Haare, hat er gehabt, ja, und diese zum einen stehen, stehen auch bei dieser, wo die, wo das, Gold hineinkam, alles hinein, und stecken sich, ja, in die Tasche, in die Tasche, ja, und wir, dann müssen wir, zwei Häftlinge, oder drei Häftlinge, weil das war, das war schwer, das war schwer, nehmen, und herausgehen, zu die Barake, damals war noch die Barake, der politische Abteilung, eine Gebäude, unter dem Kamin, und der Kamin, und der Kamin war nicht wie jetzt, der Kamin war noch wie Kulati, der Kamin war rund, rund, sag mal, das ist, was jetzt, nachher steht, das ist schon ein neuer, neuer, gebaut Kamin, in diesem, Krematorium Auschwitz, da klicken, nehmen sie es, in eine, die Gebäude, der politischen Abteilung, und die anderen, gehen um einen Wagen, dort war, wenn man herausgeht, von der Tor, zu dem SS Lazaret, dann rechts wieder, ist die Fahrbereitschaft war, ja, und dort ist ein, ein hölzerer Wagen, ein hölzerer Wagen, und in der Wagen müssen wir nachher, dann laden, voll mit diesen Klamotten, und ins Lager, in Effekten kann man das runter, abladen, abladen. Also, gegast wurde, so habe ich gesehen, nicht einmal, viele, und viele Mal, ja, ja, und ich möchte so sagen, gegast hat man immer, damals, ich spreche von, von so gegenüber, Mai, Jun, Juni, 1942, hat man gegast, entweder vor dem Appell, oder abend, nach dem Appell, nie, damals, Zwischentag, Zwischentag, das, das war so, dann, acht Uhr, sagen wir, wenn wir hier gehen, wenn wir ausrücken, halb vier, oder so, vier Uhr, dann wären die Hälfte gekommen, schon, da ist es schon, acht Uhr, alles, alles, ja, aber ich müsste nur das sagen, dass, die ersten Verbrangung, was wir haben gemacht, müssen, machten dort, dort war ein, die Heizer des Krematoriums, damals schon, aber nicht in, wie wir dort waren, damals, dem Samstag, waren sie nicht dort, ich kenne auch nennen, die Namen des Heizers, das waren drei Polen, politische, Häftlinge Polen, einer hat geheißen, Juzek, Wacek, und Mietek, und der Mietek, der bleibte dann als Kapo, in diesem, in diesem Krematorium, ja, und so war es, also, man hat gegast, entweder, tally, am Nachdenappell, oder, früh, vor dem Appell, das, acht Uhr nach acht Uhr, war schon, nur die Klamotten, und diese, das war immer so, so gegenüber, dreimal, zwei, noch, dreimal eine Woche, hat man, hat man, so vergast, die, die Menschen, die Situation war, ich möchte so sagen, die Szene, war immer so, wie ich schüttere, aber, wenn die Offizieren, gehen weg, dann ist die Szene, so schrecklich, ich möchte nur schildern, nicht, dass das, was ich gehört habe, aber, bei, das, was ich gesehen habe, ein, zwei Meter vor stark, was er mit den Frauen machte, ich möchte so sagen, sagen wir, es war ein Transport, ein jüdischer Transport, einer von den, von den Juden, das war ein, entweder war er Rabbiner, er hatte einen, er lag so klein, weil die Polen, sie wissen nicht damals, nach meinem Glauben, dass, wohin sie gehen, aber, sie haben gesagt, es ist nicht, etwas in Ordnung, dass die Menschen ziehen sich aus, einer der Rabbiner, aber, ich weiß nicht, ob er war Rabbiner, ein Mensch von diesen, ein kleiner Mensch, steckt sich unter die Klamotten, ja, die waren nicht, anderen und er, unter die Klamotten, hat sich verkrochen, ja, und jetzt, kommt der Befehl, was, die Klamotten, zusammenräumen, und da sieht es stark, und sagt, ah, Israel, mehr, komm mal los, da, gibt er ihm zu die, zu die Wand, aber er schießt, er schießt, er schießt ihm in die erste, in die erste Füße, er fällt, ja, er lasst ihn ein bisschen liegen, da nimmt er wieder, er selbst, rauf, wieder in die zweite Füße, der Mensch, der überhaupt, der fällt, da nimmt er einen Kuffer, er war, er lebt noch, weil, in zwei Füßen, wurde er, nimmt er einen Kuffer, den Kuffer, zu die Wand, gibt er so, so gibt er den Kuffer, und er sitzt den, den, den Menschen, unschuldigen Menschen, und schießt ihn zum dritten, zum dritten, in den Kopf, ich, das weiß, ob es war, in den Kopf, erschießen, also, dass er tot ist, oder? Schauen Sie, Herr Rechstau, alter so, damals war er, ich möchte auch, nur ein paar, ich möchte nicht, aber ich sollte Ihnen zeigen, was stark war, sagen wir, es kommt, Transport, viermal, nimmt er sich jüdische Frauen, acht, zehn, fünf, Sarah, zu die Wand, die gehen, andere in den Gas, jetzt nimmt er zwei Frauen, ja, aber er, vorher geht er, weil diese Frauen, geht er in die politische Abteilung, und bringt eine, Buschku, ein Gewehr, ein Gewehr, aber das Gewehr, hört man nicht, da macht man, ja, ein Laut, und immer, und herauf lief so eine kleine Patrone mit Z, rote, kleine rote Patrone mit, und er stellt sich, die zwei Frauen, das war nach dem Vergasen, aber nicht einmal, vielmal, ja, da stellte sich die, äh, und die Frauen sehen, dass, dass er auf sie, da, da, die Frau, sie, sie, sie kniepelt, und sie sagt, weil weiß nicht, was, äh, stark ist, Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben, ich habe doch nicht, gemacht, ja, und, los, Sarah stehen, Sarah stehen, Sarah stehen, los, musst du stehen, er spricht ja so, so spricht er, ja, schießt er, erst mal hier, oder hier, ja, dann wieder in die Füße, die, die Füße, sagen wir, müssen zuschauen, die anderen, das ist, noch, das kann man nicht schildern, und dann schießt es, dann schießt er sie alle, oder, einmal im Früh, ich will nicht nur, noch eine, so eine Gedenknis, eine schreckliche, ich sage so, mein ganzes Leben, ich sehe mein ganzes Leben stark, mein ganzes Leben, wo ich gehe, ich sehe ihn, furchtbarlich, so eine konkrete Sache wieder, kommt, äh, im Früh rücken wir auf, zu einem Transport, ja, und nachher wurde der Transport schon vergaßt, und die Menschen, wenn man die Pakete aufmacht, und das, ja, weil sie haben kleine Pakete noch, mit Brot, und das, auf die Erde liegt, und, jetzt, das war schon früh, wenn die Kommandos ausrichten, damals war schon alles vergaßt, so ging, wie man weiß, ich war sieben oder acht Uhr, äh, das Tor hat einen, Squiru, Magiru, das Tor hat einen Spalt, unten, ja, und die Häftlinge, die arbeiten, Metau, Metau, haben sie gebraucht, das Wort, Metau, ja, sie haben das aufgekehrt, die Kehr, die Kehr, das Kommando, dieses Kommando, sind von anderer Seite, das, in dem Tor, liegt Stich im Brot, in dem Spalt, ja, in dem, in dem, ja, in dem, jetzt, aber ich, jetzt, geben sie von der, fernseite die, äh, die Häftlinge, und, auf einmal sieht das er, stark, wie elektrisiert, er lief auf, bringt er drei Häftlinge, das waren Häftlinge, äh, nicht Juden, das waren, wie ich, mich noch erinnern kann, waren Deutsche auch, das waren die Bibelforschung, zwei Stunden, mordete er sie, bis er erschießt, ja, das ist eine Seite, die zweite Sache, das ist, nach meinen, da bin ich, so geht es, sechs Wochen, wie ich stark, in diese, in diese, arbeit sie, und da, wenigstens, musste er, wenigstens, das sage ich, zehn, elf, tausend Menschen, wenigstens, selbst, in Gas, herein, 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 er schickt sie in Gas, und er vergaß sie auch, weil es damals, war noch nicht so, in den Jahren, 1942, dass das Auto, äh, mit, mit dem roten Kreis, und man macht auf, damals war es noch nicht so, er macht das selbst, und die, zwei Kommandoführers, die helfen, die, zwei Unteroffiziere, die helfen, wenn schlägt, da schlägen sie auch, ja, er war der, äh, ich möchte nicht, der Antreiber, ja, der war der Initiat, was er macht, wie sie hätten von ihm Angst haben, oder, ich kann, ich kann das nicht, äh, anders, wenigstens, zehn, elf, tausend, wurden vergassen, wenigstens, was ich auf meine Augen, nicht, äh, neben ein, zwei Mittag gesehen habe, das ist die, also, die eine Sache, was er gemacht habe, also, die ganze Arbeit, dessen, des Fischelkommandos, ich muss jetzt nehmen, Fischel, weil er stark, äh, will sich gut denken, auf den Heftrink-Fischelkommando, äh, dem Fischelkommando gibt er den Namen, ja, die Arbeit dessen Fischelkommando, war nur, also, die Klamotten, ja, erst einmal, und, dass sie wieder arbeiten, so gegenüber nicht mehr, wie zwei Stunden stark, äh, wenn er, äh, wenn wir rücken aus halb vier, und acht Uhr, den ganzen Tag, ist schon nichts zu tun, er, ich weiß nicht, was er gearbeitet hat, aber nicht mehr, ja, und wir, wir gehen im Bunker, wir, wir müssen gehen, unter ihm, oder unter Blockführer, der uns führt, durch die Lagerstraße, im Bunker, Block elf, sind in den, in die Zelle Nummer 13, ja, nur gegen diese, diese sechs Wochen. Und wie lange waren Sie dort? Also ich, in dem Auschwitzer Krematorium, war ich, so ging, bis zum, Ende Juni, oder Anfang August, das kann ich nicht, ja, das kann ich nicht. Nun, wie viele Wochen waren es denn ungefähr? Sechs Wochen. Sechs Wochen? Ungefähr sechs Wochen. Sechs Wochen. Und Sie sagten, Sie sind hingekommen, wann ungefähr? Den 13., den 13. April. Am 13. April sind Sie nach Auschwitz? Dann kam nach Auschwitz, den 14., der 15., 15. April, bleibe ich, gehe ich nach Birkenau, dort bleibe ich gegenüber drei, vier Tage, wieder nach Block 11, da rieche ich auf paar Tage, acht oder zehn, in Buna, und dem Samstag, komme ich in den, in den Sonderkommando. Fischelkommando, soll ich es sagen, so, wie stark sagt es. Das war also Ende April, ja? Das könnte schon, dann könnte schon Mai, Mai, ich glaube. Im Mai zum Fischelkommando und blieben dort? Dort bis Ende Juni. Bis Ende Juni? Juni, 1942. 1942. Und dann kamen Sie wohin? Ja, das war, das war so. Also, ich muss jetzt ausschildern, wie ich kam vom Krematorium heraus. Das war so. Zum Gegenüber schon Ende, die Block, stark führt uns immer, entweder stark oder der Unterscharführer, führt uns immer zu der Blockführerstube, vor, nachher ins Lager. Aber zum letzten Mal schon, ich weiß nicht warum, Cisnaz Pohodelnosti, das war, sagen, bei Toren stehen Häftlinge, Arbeitsdienst, ein Arbeitsdienst, und sie sagt, nehmt die Häftlinge ins Lager. Ja? Das war schon zu Ende, wie ich dort war. Und er nimmt ins Lager, der kommt zu mir, der Arbeitsdienst, und sagt mir, du, wenn du mir bringst, vier Dollar, viel, ja, sagt er nicht, wie viel, ja, ich zieh dich drauf, ich zieh dich auf, ja, von, von dort, ja, und ich macht, ich, ich habe es gemacht, ja, was haben sie ihm gebracht? Ich habe ihm gebracht, einen großen, so ein Paket, amerikanische Dollar, den Häftling, ja, ja, und, leichter mal, das war, das war, in der Früh, wie wir zurück, wie wir zurückkamen, ich gebe ihm, er sagt mir, bleib hier, und neben, wo die Küche war, die andere Seite, ein Block, ich kann schon nicht, weil ich war damals, ja, er sagt mir, hier bleib in dem Waschraum, ich bleibe dort, er kommt und er gibt mir auf den Block 14, ja, und auf dem Block 14 habe ich, habe ich gearbeitet, nachher in Bunna, war ich, abtransportiert, in Bunna, Monowitz, also mit den Leuten, die auf Block 14 gewohnt haben, nach Bunna, transportiert, ja, auch, und dann war ich bis zum Frühling, bis zum Frühling 1943 in Monowitz, in Monowitz, von, also so, und, in Monowitz, schlägt mir auf, nachpraves Tehno, auf den rechten Schenkel, ich bekomme ein, das Padlomit am, jeno Brzevno, jeno, 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 es fiel dort ein Eisen, ja, auf, wie war das nochmal, es fiel ihm ein Eisen, auf das Tehno, man Padlomit, es fiel ihm ein Eisen, auf den rechten Schenkel, ja, und ich, bekomme eine große Phlegmone, ja, dann nimmt man, ich konnte schon nicht arbeiten, im Krankenbau, habe ich Angst, weil man, was dort war, und, einmal, sieht uns ein Unterscharführer, da waren noch drei, einer, ich glaube, das war Tifus, Fieber, und wir, wir arbeiten nicht, also wir stecken sich unter einen, er sieht uns, nimmt uns heraus, ja, und, mit anderen Abend, mit anderen, 30 Häftlingen, kamen wir nach Birkenau, in Birkenau, warum, ich war, das war der Linkste, Sie wohnten doch im Block 14, sagten Sie, ja, in Auschwitz, vom Block 14, kam ich nach Bunau, ah, das sind Sie, auch in Bunau, untergebracht worden, ja, untergebracht, in Monowitz, ja, nachher, kam ich in den, von Bunau als, als Muselmann, ja, in, in, Birkenau, ja, ja, und in Birkenau, das war, die letzte Blockung auf die linke Seite, ich weiß nicht, in welchem Block damals ich war, war mein guter Freund, dem ich kam, Josef Wacek, das einer, und der zweite Mann, das war Doktor, Ciespiva, Doktor, Ciespiva, und Cien S, also, Slowak, von wo bist du und so, und nach Irn, bleibe ich dort, ich kriegte, Tabletten, zu dem, der Ciespiva wollte es operieren, ich sage ihm, er sagte, wenn man es operiert, in ein paar Tagen, könnte es gut sein, aber ich darf nicht, weil, wir waren in einer Zimmerzähne, die Tabletten nur, bekommen, und das war so, dass der SDG, der kommt, und wir müssen die Tablette vor ihm, hin und erschlucken, ja, und nachher, aber, doch der Ciespiva, der Wacek, hat es gemacht, so, dass ich komme, in den, chirurgischen Sachen, aber das war schon, das war schon so gegenüber, nicht Anfang Frühlings, aber schon zum, letzten Frühling, so ging, kam ich in den Block, in, wir genau, und ich, aufgeschrieben haben sie, leichte sitzende Arbeit, ja, sagt man es, in die Kartoffelschälerei, und dort bleibe ich, bei dieser Kartoffelschälerei, bis zum, ein paar Tage, auf einmal, kommen die Offiziere, war dort, ich denke, ich kann mich anmerken, sehr gut, also Schwarzhuber, aus dem anderen, Aumeier, denkt, ja, er kennt mich, er geht so, was machst du hier, so, ich schaue, ich war doch, aber, mager, wo könnte er mich, wieder kennen, war ich, ja, und, er nimmt mich, zum Tor, der Pipel, der Läufer, was das war, ja, geht zu die Blockführerstube, kommt ein, kommt ein, SS-Angehöriger, er nimmt mich zu die Tor, und dort warte ich, wenigstens, weiß ich, eine Stunde, ich glaube, dass ich, ich habe geglaubt, dass ich verschossen werde, und nein, er nimmt mich im Block 13, in Birkenau, das war schon, das war schon im Sommer, im Sommer, und dort war, das große, Sonderkommando, Birkenau, die schon gearbeitet haben, in die großen, wie man es nennt, die Fabriken des Krematoriums, Herr Zeuge, kannten Sie auch den angeklagten Boga? Das Name, ich kann ihn gut, persönlich, ja, wo er erkannt ist, ihn persönlich. Ich konnte auch schildern, in den Jahren 1900, in den Jahren 1942, habe ich ihn nie gesehen, Boga, habe ich ihn nicht gesehen, aber in den Jahren 1943, wo ich im Krematorium, da werde ich schildern, wie das im Krematorium war, dort, ist er gekommen, vielmal, immer mit Rad, mit Bicycle, mit Bicycle, mit dem Fahrrad, oder mit einem Motorrad? Nein, mit Fahrrad, mit Fahrrad, Fahrrad, das, das weiß ich nur, bestimmt, das, wenn er kommt, halbe Stunde nachher, ist schon angekommen, Transport, aber nicht Transport zum Gasen, nicht, sondern Transport zum Schießen, weil im Krematorium 4, wo ich nachher war, hat man geschießt, dort hat geschießt schon Oberschaufführer Forst, Unterschaufführer, Rottenführer Georges, Hans Georges, nachher war er Unterschaufführer, die schießen in Dorr, also, wenn Boger kommt, da wissen wir schon, was stimmt, dass eine halbe Stunde nach den, oder 10, weiß ich, 20 Minuten, oder da, kommt, kamen zum Schießen Häftlinge, was für eine, äh, entweder Häftlinge, oder waren auch dort kleine, so eine kleine Transporte, die sie haben genommen, vom Bunker Juden, Kinder und was, das war so, sie, sie waren nicht im Ghetto, sie waren versteckt unter die Erde, sie finden sie, ja, und mit sie kommt immer ein Wagen, ein Zivilist ist es, mit einem, seine, Foski, Foski, mir mal, der Chauffeur, in einem Lastwagen, wie wir haben gehört, das ist von Katowice, von Katowice Gestapo, ja, und, dann, wurden die, Menschen, Menschen, erschossen, dass das Kommando, wenn, Sonderkommando, hat Boga gesagt, ich muss das, es kommt der, malche Mubes, das heißt, es kommt der Tod, Boga hat man im Krematorium genannt, so, es kommt der Malche Mubes, das heißt jüdisch, es kommt der Tod, die Häftlinge, wenn Boga kommt, da sagt man nicht, kommt Boga, sondern, da sagt man, es kommt der Malche Mubes, ja, und, er nur die Papiere, ja, was, weil er geht, vorhin, vorher, zu dem, zu dem, Unterscharf der Gorgis, oder Forst, wer dort war, und nachher kommt der Transport, was er dort in dieser Stube macht, das weiß ich nicht, und dann, schießt, wurden, verschießt, sind verschießt, erschießt worden, diese Menschen, also, ich habe, er ist geschossen, Oberscharf der Forst, und Oberscharf der Gorgis, diese zwei, weil, ich habe schon damals stark nie gesehen, stark, stark, 43, ich habe nie, nie gesehen, Sie haben da eben von Boga gesprochen, der hat nicht geschossen, das war schon Herbst 44, so gehen, konnte der Schafführer Hermann Busch, Busch, Buch, Buch, ein älterer SS-Angehöriger, Schafführer, glaube ich, ja, so ein, war schon, könnte ihn schon sein, so gegenüber, damals schon vielleicht 50 Jahre, oder 46 oder 50 Jahre, und, der war, ich musste, er war immer besoffen, bei ihm, bei dem Buch, war auch die Disziplin, auch bei den Häftlingen, gelockert, er, Hauptsache, dass er hatte, zum Trinken, Vodka, oder was, ja, und er geht viel, immer nimmt die vier, fünf Häftlinge mit die Pumpe, also eine Pumpe zum Wasser, nur, nur so, dass man soll, in Frauenlager, wie viel mal war es, so, dass, man, die Häftlinge haben ihn gesehen, wir, oben mit den Frauen dort, noch, ja, und, für uns war es aber gut, ich möchte so sagen, weil, dass er so war, für, für die Häftlinge, in welchem Krematorium war der Buch? Das war im Krematorium vier, vier, das heißt, ich weiß nicht, wie Sie es sagen, aber bei uns, Krematorium eins, ich, in Auschwitz, das Krematorium, das nennen wir nicht, das nennen Sie nicht, das war, das war das vierte große Krematorium in Buchenwald, in Birkenau, in Birkenau, ja, und damals kommt ein slowakischer, einen Tag kommt, ein slowakischer Transport zu vergasen, ja, Boga war auch damals dabei, er war vielmals, aber, die Haupt, wo ich ihn gesehen habe, war immer vor dem Schießen, wie ich erzählt habe, ja, und, auf einmal, die Menschen waren schon, zugespart, die Gaskammern, ja, aber eine Gaskammer, ein Krematorium vier, war nicht, zugesprochen, weil die Disziplin war schon, und jetzt, Herr Raksanwalt, war es so, den Gas hat man herein, gegeben, und die Menschen, wenn es, immer, immer gehen sie auf, ja, das ist doch logisch, dass sie zu, zu die Tiere gehen, wo sie immer waren, aber jetzt waren sie offen, weil das muss man zuschrauben, ja, und die Menschen gehen auf den Hof, ja, halb schon, vertäubt, vertäubt von dem, von dem Gas, und sie laufen auf den Hof, könnten sein, 150, 200 Menschen, ja, raus, die anderen wollen, was sie sehen, andere Seite laufen, und zu, zurück, und jetzt, in dieser, und das waren doch, dort waren Drahten schon, damals, ja, es war doch über, elektrische Drahten, ja, an dem Hof, das Krematorium, ist viel von unterer Seite, Abgescheuert, ja, und, ja, mit den anderen, dort waren auch Chauffere, haben geschossen, aber ich, die, die damals, äh, äh, die, wie ich gesagt, die Kleider abholen, von diese, von den vergasten Menschen, ja, Chauffere, alles, was dort war, aber die, Burger habe ich doch gekannt, damals, damals war dort, damals war Busch, Kramer, der, äh, äh, Kommandant schon, Kramer, und, äh, die Chauffere, äh, einige Blockführer, weil die Blockführer waren, äh, vielmal bei Vergasung auch, die waren auch dort, ja, und, äh, war dort auch der Burger, und der Burger hat geschossen, zu den, das habe ich gesehen, das war, vielleicht 10 oder 15, oder 20, da kann ich schon nicht sagen, aber ich habe ihn gesehen, dass sie, nur diesen Mal, habe ich ihn gesehen, also, sonst habe ich ihn nur gesehen, dass er kommt in Krematorium, in die, in die, in die, in die Papiere, überbrachten, ja, mit einer, Akentasche, ja, ich glaube, Akentasche war, und geht zu den Kommandoführern, dort besprechen sie was, aber wir wissen schon, der Malchimu, es kommt, das ist der Todkommun, ja, und, wurden erschossen, die Menschen, politische, und auch die kleine, äh, äh, Bunker, wo die Juden gefunden haben, ohne den Ghetto, was sie bunkern, ja, wir wollen jetzt eine Pause einlegen, bis drei, eine Beschlüsse verkündet, erstens, von Auschwitz 1, und von einem Krematorium, nach Buna, stimmt das? Na, ja, nach Buna, und wie lang waren sie in Buna? In Buna, bis, äh, bis Frühling, 1943, 43, und was geschah dann? Dann kamen sie ins Krankenhaus, sagten sie? Im Krankenhaus, und dann kamen sie, äh, zu diesem Kartoffelschädenkommando, ja, und dann kamen sie wiederum, sagten sie vorhin noch, in das Sonderkommando, in das Sonderkommando, und das war wann? Das war schon, das war schon, äh, Breite, Sommer, im Sommer, im Sommer 1943, und wie lang blieben sie in diesem Kommando? In diesem Kommando bleibe ich bis zum, bis zum Evakuierung, Auschwitz. Das war am 18. Januar, Ja. Nun, Herr Zeuge, ähm, wo, an welches Krematorium kamen sie zunächst? Also ich kamen zunächst in Krematorium 1. Krematorium 1. Sie nennen jetzt die Zahlen von, ähm, Birkenau. Ja, Birkenau. Birkenau, ja. Krematorium 1 in Birkenau. Ja. Wer war damals, äh, Leiter dieses Kommandos? Äh, der Chef, die anderen vier Krematorium damals war, Oberschaffirer Forst. Forst. Und wer war nun in dem Krematorium 1, Ihr Vorgesetzter? Als Tat, dort waren dann, ein Kommandoführer. Da war ein Rottenführer, ein hoher, ein hoher, ja, es ist Angehöriger. Ein Rottenführer, Rottenführer. Aber wie er hieß, wissen Sie nicht? Nein. Wie lang blieben Sie denn in dem Krematorium 1? Dort bleibe ich ein paar, äh, ein paar Wochen, äh, gegenüber fünf oder sechs Wochen oder fünf Wochen. Fünf, sechs Wochen. Ich vielleicht auch weniger, aber ganz schon nicht. Also, Sie sagten doch, im Sommer 1943 kamen Sie dahin und blieben etwa fünf bis sechs Wochen. Vier, fünf, sechs. Ja. Und dann? Dann wurde ich übergestellt auf den Krematorium 4. Krematorium 4? Vier. Und zwar war das dann wohl im Herbst schon, 1943. Nein, das war noch nicht her. Was war noch? Auch im Sommer. Im Sommer, so. Im Sommer 1943 ins Krematorium 4. Vier. Und wer war da Ihr Vorgesetzter? Dort war der Kommandoführer. Damals war, den merke ich mir sehr gut auch, weil er sehr, die ganze Zeit bis zum, bis zum, 44 war dort. Rotenführer, Georges. Georges. Nachher war er Unterscharführer. Ja. Und wie lange, und dort arbeiten Sie dann bis zur Evakuierung? Bis zur Evakuierung 18. Jänner 1945. 1945, ja. War das Krematorium 4 bis dahin in Betrieb? Bis zum 18. Jahr war es 45? Ja, bis zum 18. Jänner 1945 war es in Betrieb. War es in Betrieb. Nun, was mussten Sie dort machen? Also, ich arbeite dort als Heizer. Als Heizer? Bei den Ofen. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit, aber vielmals war es auch so, dass wir wohnen in dem Block 13. Ich möchte so sagen, wie wir kamen schon nach in Birkenau, da die, war es, in dem Sonntagkommando war es schon ein bisschen für den Häftling, der dort arbeitet, besser. Weil er ist schon nicht im Bunker. Weil der Block 13, das war ein normaler Block, wo Sonntagkommando wohnt. Aber, und Häftlinge bloß sind, die müssen Acht geben, dass der Häftling konnte nicht heraus. Wir dürften nicht mit den anderen Häftlingen sprechen. Dort war der Block-älteste Stravinsky, ein Georg Stravinsky, er hatte das Nummer 28.000 so gegenüber, ein Franzose, aber von Polen, er spricht auch polnisch-jüdisch und das Leben für den Häftling war doch relativ gegen den Block 11, wo wir in dem Bunker waren, doch besser. Ich konnte vielmals herausgehen. haben Sie denn den Block 11 die ganze Zeit in diesem dunklen Raum gelebt? Nein, nur einen, nach dem Zelle 13. Ja, und in dem Krematorium 4, oder ich will zunächst so fragen, die paar Wochen, die 5 bis 6 Wochen, wo Sie im Krematorium 1 waren, was haben Sie dort getan? In Auschwitz? Ja, nein, nicht in Birkenau. In Birkenau, also die ersten Tage, wie wir dort kommen, kam kein Transport, keine, wurden nicht vergrast. Die Krematorium nicht benötigt, ne? Sie waren fertig, aber sie waren nicht im Betrieb, im Betrieb waren sie noch. Vielleicht ein oder zweimal, das können mich schien nicht mehr, aber sonst haben wir draußen gearbeitet, ja, der Kapo war dort, Kapo Kaminski, vorher, aber damals war Oberkapo dort, ein Häftling, reichsdeutscher Häftling, ein älterer Mensch. Und was haben Sie dann getan in diesen 5 bis 6 Wochen? Also wir arbeiten draußen. Sie waren also eigentlich nicht eingesetzt zu Krematoriums arbeiten? Die ganzen 5 bis 6 Wochen, nicht? Nein, ich war bei dem Ofen, so gegenüber 2 oder 3 Mal, weil der Transport kommt nicht, sondern wir arbeiten draußen am Hof planieren und solche Arbeiten haben wir gemacht. sonst haben Sie auch nur bei den Öfen gearbeitet? Geöffnet. Aber Sie haben nicht bei den Häftlingen mitgeholfen, die die Menschen in die Gaskammern reingepresst haben? Das konnte ich nicht sagen, dass die Häftlinge haben es gemacht. Die Häftlinge haben doch nicht gemacht. Nun ja, es war doch auch ein Sonderkommando von Häftlingen, die vor den Gaskammern waren und die die Leute in die Gaskammern hinein mitführen sollten, damit sie nicht sich aufregten, die sie beruhigen sollten und ihnen sagen sollten, das ist ein Bad, was hier genommen wird und so weiter und so weiter. Da war doch ein besonderes Häftlingskommando da, wir haben es schon auf Bildern gesehen. Ich werde schildern, wie das ist. Am Anfang den Jahren 1943, damals, wie ich am Anfang komme in den Krematorium, das war schon im Sommer 1943, nachher, wenn ich komme in Krematorium 4, waren so Fälle, dass die Häftlinge von den Sonderkommandos, damals war es nicht so, dass man hat gesagt, diese Zähne bleiben arbeiten dort oder dort. Man hat genommen 50 oder 60 Häftlinge und auch verschiedene Arbeiten haben sie es gegeben. Also Sie sprechen jetzt nur von einem Sonderkommando? Ja, von Sonderkommando. Verschiedene Arbeit, sagen wir, die Klamotten zusammen nehmen oder vergasen, nicht vergasen, ich niemals war, die Klamotten, dann die Zähne herausbrechen, die Haare absteigen, lift die Weihl. Also von den bereits gestorbenen Menschen. Ah ja, und die gestorbenen. Ja, ich frage jetzt zunächst nach dem Kommando, das dafür zu sorgen hatte, dass die ankommenden Häftlinge sich ausgekleidet haben, um nachher in die Gaskammern zu gehen, angeblich, um dort geduscht zu werden oder gebadet zu werden oder was man in der Sache Ja, ich verstehe, ich muss das so sagen, dass in den Jahren 1943 waren einige Fälle, zwei oder drei, ich kann schon nicht erinnern, in Krematorium vier, wo ein oder zwei Häftlinge haben gesagt, die Menschen, wo sie gehen. Ja, ja, und nachher, ich habe auch gesehen, so einen Fall, das war bei den Unterscharführern damals, Gorgers, kommt ein Mensch von Transport zu ihm und sagt, wir gehen zum Tod, ja, und, zu dem Gorgers, ja, und er fragt, wer hat es ihnen gesagt, wer hat es ihnen gesagt, und er zeigt, auf einen Häftling, ja, und er Häftling wurde Sajiva Spalene, Sajiva Spalene, wurde lebendig verbrannt, lebendig verbrannt, und wir müssen alle dort, wenn ihr, da waren viele Fälle, dass in Jahren 1943, kann man nicht so sagen, dass vielleicht im Sonderkommando waren Häftlinge, die nur eine Arbeit gemacht haben, waren keine speziellen Häftlinge, die das Kommando nur hineinführen, die Menschen oder nicht, die stehen bloß, die stehen drin, wer stand, die Häftlinge, 30, 35, im Sonderkommando, im Sonderkommando, in das Ausziehungsraum, und wenn der letzte Häftling, ausgezogen ist, der letzte Mensch ausgezogen ist, und geht in die Gaskammer, da musste man schnell diese Klamotten, weil schon Autos waren, man musste es ausladen, diese Klamotten, aufladen auf dem Auto, so war es. Erstens nach den ungarischen Transporten, wenn die ungarischen Transporten, da war ich auch im Bunker, wo man auf die Treblinka, wo man in die Graben die Leiche verbrannt hatte, wenn Moll schon dort war, der Hauptschaf hier am Moll, weil noch zwei Fälle waren, auch dort am Bunker, machte er es so, aber das war schon zuletzt, dass er wählte, wählte ein paar Häftlinge, die nur in das Ausziehen, wo die Menschen sich ausziehen, nur die können dort sein. Aber vorher nicht. Also Sie sagen, vorher waren alle Häftlinge, die im Krematorium eingesetzt waren, mit allen vorkommenden Aufgaben betraut, nicht? Das heißt, es stand nicht nur einer am Ofen und hat da die Leichen verbrannt, sondern er musste auch vorher mit in die Auskleideräume gehen, um nachher dort die Kleider weg zu schaffen. Ja. Nun waren Sie auch bei denen, die da die Kleider weggeschafft haben und die in diese Auskleideräume gegangen sind. Vielmals. Waren Sie auch viel dabei? Nun sagen Sie bitte, Sie kamen also im Sommer 1943 in das Krematorium 4. Ihre Tätigkeit haben Sie uns eben geschildert. Nun kam es aber doch auch zu einem Aufstand in dem Krematorium. Was wissen Sie davon? Ja, ich war bei dem Aufstand, das konnte ich, aber Herr Vorsitzender, ich möchte noch zu dem 1942 was sagen. Wenn Sie so ... Das war also wo? In Auschwitz. In Auschwitz. Eins, ja. Ich musste das da auch noch sagen. Zum Staat musste ich es noch einmal. Also ich habe gesagt, dass wie das Fischelkommando, sondern Sonderkommando hat diese Klamotten dort und nachher werden sie im Bunker. Immer bleiben sie im Bunker. Nur eine jeden Tag der Kommandoführer nimmt diese sieben Heftring war dort. Sie sollen am Luft gehen. Das war am Hof Block 11. Aber stark hat auch geschossen. Menschen, die waren im Block 11, wo erst wir waren dort. Weil wir müssten die Leiche in die Kisten hineinlegen. Und nachher war es auch so ein Wagen wo müssten wir die Leiche so aufschichten. dann eine große zu machen. und fahren mit diesem Wagen in das Räumatoren. Aber wir lassen sie nur dort. Das in Jahren 1942, die sechs Wochen, die ich dort war, hat auch stark geschossen. Dort. Die Menschen. Das waren die ersten Juden, die kleine Judentransporte, die man greift, bei die Bunker, wie schon gesprochen, 80, 100, 120, 60, wie einmal. Und das wir müssen bei denen sein. Das war so. Die Kapos, die dort waren, das waren die Häftlinge, die nehmen bei die Hand den Menschen. Und stark hatte eine Karabine. Und hier, der Mensch steht so und er schießt. macht nur so, man hört das. Es war ein Schalter. Und wir müssen dann die Leiche der verstorbenen Menschen in die Kisten, nachher war es so, auf die Wagen. Dort stehen auch zwei, die mit ihm in das Gaskammer zusammen gearbeitet haben, die SS-Angehörige. Der Rottenführer von der politischen Abteilung und der Unterscharführer. Und der Unterscharführer, wenn es sagen wir viel war, weil man hat nicht in Krematorium Auschwitz, wenn sagen wir 80 oder 100 Menschen kommen, die wurden nicht vergast in diese Gaskammer. Nur mehr. 500, 600, 700, 300. Und damals kommen Menschen mehr als 60, 70, 80 oder 100. Damals schießt mit ihm der Unterscharführer zusammen. Schießen sie zusammen in zwei. Wie der Unterscharführer hieß, wissen Sie nicht? Bitte? Wie der Unterscharführer hieß, wissen Sie nicht? Er hat ihm gesagt, sie haben zusammen gesprochen. Klaus hat er ihm immer gesagt. Klaus hat er mal gesagt. Aber der Rottenführer überhaupt weiß nicht. Da wissen Sie nichts. Da wissen Sie wie der aussah dieser Klaus? Ich habe ihn schon gesehen. Wo? Und ich konnte auch sagen, wie er es macht. Er hatte eine Monteur Uniform. Stark, wenn schießt, dann schießt nur in die SS-Montur. Der schießt, er hat immer eine blaue Monteur. Was ist eine blaue? Monteur? Jako Monteur? Jako Prats Omi Obd. Also ein Anzug für Monteur. Blaue Monteur Jacke. Hat er damals schon eine Brille getragen? Bitte? Hat er damals eine Brille getragen? Der Klaus? Was ist das? Sie sehen doch, dass er eine Brille trägt. Sagen Sie ihm, was eine Brille ist. Eine Brille? Brille? Eine Brille. Brille ist Salinosi. Brille. Den Klaus. Mir Brille. Ich habe ihn nicht mit der Brille gesehen. Sie haben ihn nicht gesehen. ich glaube, er hat ihn nicht. Ich glaube, Sie glauben, hatte keine Brille auf? Weil ihm habe ich er war nur ich möchte so sagen der ganze Initiator in das Vernichten damals war stark und er war nur so stark machte er auch und der Rottenvieler auch zusammen. Haben die auch geschossen? Nein der Rottenvieler habe ich nicht. Haben Sie nicht? Und der Klaus? Ja der hat auch geschossen. Wenn viele zum Schießen dann schießen sie zwei und er hat eine blaue Schlossermontur ja na ja das wollten sie noch nachtragen und nun kommen wir wieder zu dem Sommer 1943 da wurden sie eingeteilt in das Krematorium 4 und wie lange wurden denn in diesem Krematorium Menschen verbrannt oder Leichen verbrannt also Leichen verbrannt in Krematorium 4 wurden bis zum Schluss aber nicht zu vergasten nicht bis ein zwei Monate vorher von jener schon nicht also Ende 1943 Ende 1944 so gegen November schon nicht nur die Leiche vom Krankenbau kommen am Wagen ja großer Wagen da sind sie das Auto lasst es an nun sagen sie bitte was war mit dem Aufstand im Krematorium das ist eine ich schildern also mehr der Ausstand wo ich selbst war da müsste man gehen in den Jahren 1943 der Jahr 1943 die Häftlinge von Lager von Birkenau von den B2D wo wir ersten Wohnung aus dem Block 13 die Organisation die dort war kamen zu dem Kapo Kaminski vom Krematorium 1 da war der Organisator diesen Aufstand ins Krematorium muss ich stellen die Frage so weil ich viel mal mit ihm gesprochen haben dass das Sonderkommando zum Tod verurteilt ist das sicher ist also wenn das Sonderkommando einen Aufstand macht da könnte man es machen so dass das ganze Lager geht das war im Jahre 1943 1943 aber es war dort auch eine Situation man muss es so nehmen waren dort sagen wir Häftlinge die alle man kannte das nicht sagen was man was wir wollen dort machen aber nicht darum dass sie hätten es aber waren solche so Roboter verzweifelt verstehen sie überhaupt schon die einen haben gesagt wenn wir ein bisschen so von dem sprechen das machen wir nichts das hat keinen das hat keinen Zweck waren auch solche Häftlinge die so weil noch eine Stunde leben noch eine Minute leben noch 5 Stunden 24 ist gut die wer weiß was einmal was für 24 Stunden geschieht so eine Idee haben einige waren auch eine zweite Sorte dort Menschen die überhaupt apathisch die überhaupt denen ist egal was aber nicht darum dass sie waren Kinder haben sie vergast gehabt sie haben niemand schon gehabt und sie waren so schon dass sie schon überhaupt nicht denken das waren schon keine Menschen das waren Roboten und dritte die viele von der waren da waren viele die das da akzeptieren diesen Plan aber jetzt fängt es wieder an waren viele Häftlinge viele Häftlinge die wollten es gleich machen die sagen nicht warten auf die Organisation was im Lager wird nicht warten sondern werden wir aus ausschlagen dann waren die zweite Hälfte war so von die die mit den Plänen ja mit den vom Lager eigentlich die Zustimten die Zustimten und die Zweiteil sagen nicht man muss warten weil man das organisieren und so geht es dann kommt wieder Kapokaminski zu uns und sagt uns in dieser Zeit muss machen das da ihr müsst von jedem Transport wie viele Menschen vergast wurden schreiben ihr müsst einige Fotografie von diesen Menschen nehmen ihr müsst die Häftlinge die nicht die so verzweifelnd sind schauen wie ein wie sie wie ein Charakter sie haben ja sie das Posnade Charakter erkennen damit mehr wir sind aber damals hat man noch nicht gesprochen wie den Aufstand sich abspielen so geht es so geht es nachher aber in jahre jahre 1944 war es wieder schon nicht gut ich denke 43 ich bin schon so der ganze Jahr 43 war dass wir die fotografie sammeln wir sammeln wie viele Menschen dort die SS angehörige wer dort ist wer dort war wer dort gearbeitet und so aber nicht konkret wie das wie den Ausstand also machen so so war es vorher und dann die Häftlinge waren zwei Teile waren nervös die eine wollten gleich die anderen nicht weil die ersten sagen es kommt eine andere Selektion und ich bin dabei ich bin dabei was jetzt also so war es das ganze Jahr 1943 1944 im Mai und so wenn schon die Ungarn kommen einmal kommt der Hauptschaf Hiramoll ja der Moll war er war mehr alt wie er stark war damals könnte er sein 21 oder wie ich stark gesehen habe das war ein Hauptschaf Hiramoll ein auch das war ein ausgesprochener wie man hat Organisator bei den zu den Verbrennungen er machte es mit so einer Liebe wie ein Direktor wenn ich sage es so nur wenn soll man sehen wenn er baut eine Fabrik die Vernichtung und eine starke Disziplin zu die Kommandos er macht es so nicht dass die Kapos 50 Menschen brauchen ich dass die Kapos sollen sagen der der geht sondern er selbst er selbst nimmt sich die Häftlinge und ich war auch vier mal mit dem Häftling ich war meine Nummer ist 19 20 20 36 und der Häftling von Frankreich der hat das Nummer 28 also die älteste Häftlinge Samuel Jankowski wir müssen auf den Bunker dass die Moral war nicht die Disziplin so dass die Menschen die zusammen waren einmal sind sie auseinander aber ich glaube er wusste nicht was wir planen aber so war es so war das Ganze das war im Jahr 1944 jetzt in den Jahren 1944 kommt dass der Kapokaminski wurde erschossen wie kam das er wurde erschossen im krematorium vier und das in die unten am Hof wo noch die Jami der Bikopani Jami der Sepalo ausgehobene Gruben waren dort dort waren auch Gruben ich werde das schildern wie das war und das war dem die Nacht wie das Zigeunerlager vergast wurde das Zigeunerlager wurde vergast im krematorium vier und das war wann das war im Jahr 1944 so nach die ungarische glaube ich transport nach die ungarische transport wissen sie nicht mehr genauer den Monat und damals wir wissen überhaupt nicht kommt der Hauptscharf Hiramol und er lässt uns alle antreten und er sagt gerade diese Nacht wurde erschossen Kapokaminski weil er will wollte einen Attentat auf den Oberschaft Führer Mussfeld weil damals im krematorium zwei war der Kommando Führer Oberschaft Führer Mussfeld und man braucht nicht sagen dass Kapokaminski war eine Person der die Autorität unter die Häftlinge fiel weil er war so ein Häftling wenn der SS-Mann kommt da schreit er aber sonst war er gut er denkt gut er war logisch er weiss was er will aber das war eine große Verzweiflung damals weil viele Häftlinge es war so was Kapokaminski sagt ist immer gut es war ihr Führer abgewissermaßen und jetzt was kommt weit die nachher haben wir so gesagt Gott sei Dank dass die SS-Angehörige wissen nur dass da dass Kapokaminski nur den Mussfeld weil wenn sie wissen das Ganze da gehen wir der Plan 1944 vor dem erschossen des Kaminski den Vorstand machen den Auf war so ich kann es ganz objektiv und ich war doch dort schildern das war Nachmittag so gegenüber schon das war bleiche spät im Sommer spät im Sommer der Plan war so jede wenn die Kommandos einrichten ja da werden wir auch einrichten ins Lager auch wenn schon damals ja wir wohnen in Krematorium 3 wir haben gewohnt nicht mehr in 13 nicht mehr in Block 13 sondern in Krematorium 3 und die Häftlinge im Krematorium 1 und 2 also machen wir so dass in jedem Abstand in jedem Krematorium wenn man wenn dort war es so wenn die Kommandos einrichten machte der Kommandoführer schon Appell nicht Appell nur wie viel seid sie und so also erledigen den Kommandoführer und die ein oder zwei Posten und jetzt die drei Häftlinge nehmen sich die Uniform und sie führen diese Häftlinge so wie im Lager sie kamen vom Krematorium 4 und 3 in den Krankenbau Block Führerstube dann in Zigeuner Lager Block Führerstube und in den B2D Block Führerstube und bei jeder Block Führerstube die zwei SS Angehörige so wie das hätten schon die Häftlinge sein kamen in die Block Führerstube und erledigen die Block Führer dort einer geht und zerrisst die telefonische Schluhe und so hätten wir bis zum B2D der Plan des Krematoriums 2 und 1 war so dass sie machen es auch aber von der anderen Seite nur bei dem FKL das ist der Frauenkonzentrationslager dort wird es auch gemacht und hinten an der anderen Seite zerrissen sie die Drahten sie haben auch gemacht Gummi Handschuhe Zudem haben wir noch abgehabt ein paar möchte ich sagen Nikoli Krabicek Czernio Brachu einige Schächtelchen mit Schießpulver den Schießpulver haben wir gebracht von den Kommando Union und das war wie es war das war so die Fabrik die Werke dort ist gestanden eine Pumpe so eine Pumpe schippendem Wasser und die Kapus haben es immer so gemacht von Kaminski der Schleume und Leiser das waren die Kapus des Krematoriums 4 und nachher war es der Mietek der kam der Polake der kam vom Krematorium 1 und es war so wir gehen 5 6 Häftlinge in das Union und nehmen die Pumpe bringen ins Krematorium 4 4 mal nachher vom Krematorium 2 aber das war nicht in Krematorium 4 das war in Krematorium 1 und nachher war es in Krematorium 2 durchgebracht weil das war so Herr Vorsitzender dass der Häftling der arbeitet auf Krematorium 1 oder 2 1 der konnte in Krematorium 2 weil dort nur eine Straße war aber er konnte schon nicht in Krematorium 3 oder 4 nur selbst weil dort schon die Saune war Kanada dazwischen ja Saune und dann die Baracken ich kann es zeigen ja ich sehe es von ja ja und die Häftlinge das war ein Häftling der bringt diesen Pulver wie die Pumpe war da haben sie es ausgeschraubt die eine Hälfte und eine eine Püxel das waren drei oder vier Püxel rein in wieder zugeschraubt und wir kamen mit der Pumpe das war nicht bei uns das war in Krematorium 3 das war in Krematorium 2 1 1 und das 2 zu uns ist gekommen aber dann kam es dort das kam es kurz wieder so dass man nimmt einen Kolečko trakash da kam und 50 kg Schamott haben wir rüber gebracht und da ist zwischen dem war das drin ja dazwischen waren diese Wolfer und so war es ja also Kapo Kaminski damals wurde erschossen das war bei dem wieder Ziganlager war vergast und jetzt aber muss ich es so sagen jetzt war es aber war es so gemacht wenn wir das da machen müssen in jedem Krematorium bleiben ein paar Häftlinge fünf vier oder sechs die das Krematorium in die Luft sprechen nein das pulver war nicht das hat man dann gesagt nicht so stark dass das in die Luft konnte gehen aber anstecken jedenfalls Feuer Feuermachen ja und die Organisation die ins Lager war hat gesagt in diese Stunde in diese Minute wie ihr es macht diesen Nachmittag werden wir auch Kommandos auch das da machen ja und wir haben Verbindung mit die Partisanen die von Katowice ja aber das ich habe nur das da gehört von Kapokaminski und wenn ich hierher sagte wer wer ist dann sagte er nicht mit wem er gesprochen hatte ja ich hatte es mitgeteilt diese diese Nachrichten erstens war es wenn ich kam schon im Jahr 44 damals noch vorwärts waren wir ins Lager wenn die ungarische Transporte damals schon in Krematorium gewonnen vorher habe ich es gesagt den Otta Kraus Erich Kulka ja und die anderen Häftlinge und nun kam es also eines Tags auch tatsächlich dazu das ist gekommen anders das war also der Play aber jetzt im Jahre 1944 das war schon so gegenüber zum Herbst wurde damals schon war der Kommando für Schaf für Buch damals war schon der Moll ist schon weg kam so eine Sache dass Buch machte eine Selektion er selektierte und sagte hier im Krematorium 34 sind 300 Häftlinge von diesen 300 Häftlinge müssen 270 nehmen gehen 270 eine sehr gute Arbeit und sie werden sich fabelhaft haben rot genug und alles und gute naja aber die Selektion im Krematorium war doch nicht die erste damals waren schon viele ungarische Juden die arbeiten damals waren schon dort auch die sowjetischen Gefangene die kamen ich weiß nicht ob 12 10 oder 12 die kamen von Sonderkommando Lublin die evakuiert waren und er selektiert es am Abend die Eftlinge welche also das gute Kommando bekommen sollten ja und nachher anderen Tag Nachmittag los alles also musste alles zur Seite treten und jetzt wählt man die Nummer von den 270 nach meiner wie ich weiß bleibe ich gegen zwischen die 30 die zurückbleiben und jetzt wenn man wählt das von 100.000 so geht das runter und meine Nummer ist doch 28.000 da war 100.000 A B und so geht es erster geht heraus zweiter geht heraus dritter geht heraus dann das Kommando die anderen die 29 aber ich war noch nicht dabei die waren schon beim Tor nicht beim Tor das war eine spanische Wand aber nicht wo man maskiert nur ein Tor drauf und auf einmal ruft Busch damals war noch dort auch der Rottenfieler Kurzschluss Kurzschluss Rottenfieler Kurzschluss und jetzt die Nummern die Nummern die Nummern und die Nummern gehen nicht heraus also was ist los aber schon damals waren viele Häftlinge ein paar Häftlinge auf dem Boden den Krematorium 3 und haben schon Feuer angelegt Feuer angelegt da kommt schon der große Feuer und vor denen aber Häftlinge waren auf die eine Seite die selektiert waren die anderen nicht und die viele Häftlinge gehen auf die SS-Männer dort waren der Busch der hatte ein Rad er sieht es und er geht auf dem Rad und fährt fort fährt fort die Häftlinge wollten ihn aber sie konnten ihn nicht erwischt aber die anderen waren kurzschluss auch nicht der ist auch von die Sonne wo die Sonne Kanada durch aber die anderen zwei wurden dort verschlagt sie nehmen das aber was sich dort auf einen SS angehörigen sind 30 40 Häftlinge aber da sehe ich schon es brannte Krematorium und die Sirene geht schon los jetzt die 29 Häftlinge die waren gleich beim Tor die gehen auf den Krematorium 4 und die waren ausgewalt zogen weil noch dort Transport war zum Verbrennen dann waren diese 30 zu verbrennen und dabei wollte ich nach einem weil das war so den Ausstand der jetzt kommt das war nicht organisiert von dem weiß ich haben wir auch nicht positiv gewusst dass das jetzt geht das war eine große Sache nach meiner wie ich heute sehe aber das waren die Häftlinge die selektiert waren und die sagen wenn schon dann geht aber war nicht so gemacht wie die Organisation wollte und darum ist es auch so nicht 100% gelungen worden und so war es und nachher wollte ich an die anderen Seite ich konnte schon nicht weil die SS Angehörige man sieht schon die kommen die laufen von die Seite und schießen da gehe ich zurück da waren sie in drei am Hof zurück am Hof in drei da sehe ich das Krematorium brennt schon und von der Seite wo der Krankenbau ist man schießt dann schießt man schon in den in den Hof vom Krematorium hinein auf dem Hof und alle Seite da liege ich auf die Erde und komme in das Krematorium drei aber ich konnte nicht sein weil schon von oben das Feuer herunter kam die Decke herunter brach es fiel schon das Dach herunter die Decke alles geht das Feuer geht herunter da denke ich was jetzt da so machen in dem Augenblick mache ich auch dort war eine Klappe von Kovowa Plotna aus einer Metalldecke die späuerte Kamin mit dem Kofen verband ein Kanal und dann gehe ich in den Kanal weil man schon nicht anders und bleibe dort da sehe ich oben von mir schon der Kamin und es fließt schwarzes Wasser und Teplau oder Jawa heißes Wasser ziehendes Wasser Flosse Feuerwehre waren schon dort und das geht alles um mich da bin ich ganz schon ja vom Wasser bis her und da bleibe ich dort nachher schießen nach eine drei vier Stunde höre ich schon das schießen von von Revolver da habe ich schon gehört weil der Kamin war wie man schießt draußen weil draußen hat man noch geschießt die Häftlinge die man hat erwischen können aber einige Häftlinge sind weggelaufen an der Seite der Sauna im Krematorium 1 in 2 haben auch gesehen dass das brandt und damals machen sie so dass am Krematorium 1 die Drahten gespreng sind und sie laufen laufen so gegenüber 100 Häftlinge die laufen und die den Prach Zellen die Böchsen waren nur so dass auf dem Dach hat man es angezogen aber ohne nichts Sie haben nichts gemacht Sie haben nur die Funken weiter gezogen Zerstorben Zerstorben aber das war nicht zu stark da liefen 100 Häftlinge und ich höre wie also wie man schießt am Hof des Krematoriums 3 da bleibe ich dort jetzt ist die Nacht bei die Nacht ich denke so das Krematorium 4 hatte schon damals die Drahten dort aber ist schon nicht die kleine Postenkette das war schon nicht die kleine Postenkette und und vielmals war so dass die Drahten dort waren aber die Posten waren nicht dort wir waren noch vom Lager draußen ein bisschen nicht viel aber noch ein bisschen vor die Drahten da glaube ich ja da gehe ich heraus und sehe ich das ganze Hof nicht ganz aber am Hof liegen so die Häftlinge erschossen vom Krematorium 3 da war schon Nacht da gehe ich langsam auf die andere Seite Plasil schlich mich und komme nach dem Wald das ist ein kleiner Waldtor zurück zu dem Krematorium 4 und glaube dass ich durch die Drahten durchkam weil das war schon nicht die kleine Postenkette das war schon außerhalb ja aber ich sehe da ich habe gehört erstens auf die Turmwand und zwischen die Drahten spazieren also was war so man konnte nicht hinein aber ich war schon so ich kannte schon nicht mehr weil wenn man einige Meter das konnte weiß ich ich weiß nicht wie viel aber 200 Meter oder sie kam nicht mehr hinein nein nein da war ich schon müde wo sind dann hingegangen und kam kam auf die andere Seite und sage mich und so denke ich bei der Saune wo die wo die Kanada ist ist ein Tor bei diesem Tor ist gestehen immer ein SS Angehöriger das war ein Sturrmann der vor dem Krematorium als Post war ein älterer SS Angehöriger der der dort steht selbst immer selbst gestanden da sage ich nur wenn nicht da schlage ich ihn und ich komme wieder zum zum drei und wieder wollte ich zu die Kanada aber dort war ein Tor aber ich sehe dass dort waren ich war vor 15 oder 20 Meter war ich vor ihm da sehe ich dass sie dort möchten sein dort waren 10 oder 15 SS Angehörige weil das war Nacht ja ich habe gehört wie sie sprechen und so aber ich konnte schon nicht mehr nicht her nicht hin ich war schon so müde ich einen Meter machen ja so dass man es nicht sieht bei der Erde ich liege dort wenigstens eine Stunde ja und nach der eine Stunde kam ich wieder zurück ins Krematorium wieder drei drei konnte schon nicht anders machen mache ich auch die Platte aus wo ich war vor dem gehen den Kamin und ich war schon so müde so nicht über ganze so weit ich war aber ich bin nicht geschlafen in der Früh höre ich schon Ruch eine Bewegung und auch Stimme die Häftlinge die erschossene was dort waren einen anderen Tag auf einen Wagen geben und ziehen auf das Krematorium vier sollen zum Verbrennen Ja Ja Herr Zeuge ich habe jetzt noch folgende Fragen Wieso kam es eigentlich dass Sie in der ganzen Zeit nicht auch abgelöst worden sind Sie wissen doch oder wir wissen es jedenfalls dass die Angehörigen des Sonderkommandos alle paar Monate selektiert wurden und irgendwie getötet wurden Wieso kam es dass Sie die ganze Zeit dort sein konnten ohne dass Ihnen dieses Schicksal bereitet worden ist Ich werde es schildern Ich musste so sagen ich wie ich kam in Sonderkommandos da waren 20 Jahre Ja Ich konnte nicht Nein ich war ein Junge und man konnte es austeilen auf zwei solche Teilen warum ich lebe Ja Warum ich lebe Der erste Teil ist solche Zufälle wo ich überhaupt nicht das kann regulieren oder logisch denken was ich mache oder soll machen weil das war doch keine logische Ja Da weiß man nicht eine Minute was was morgen ist oder eine Minute ist Ja das also das dass ich den den Heftring dieses Dollars gegeben hat Ja musste ich wenn ich es hätte auch nicht gegeben dann nach meinen wie ich wieder im Krematorium erscheint wieder in den Jahren 1934 43 da waren auch die anderen Hefte weil dort weil das Kommando Krematorium die arbeiten weil ich zusammen sie kommen nach mir das Krematorium 1 so gegenüber na Wleke Wleke im Sommer schon 43 zu Ende war Moment Moment wenn sie jetzt Krematorium 1 sagen da meinen sie das in Auschwitz 1 in Auschwitz ja in Auschwitz ja dann sagt sie also im Sommer 43 43 war das Krematorium geschlossen geschlossen und das Kommando Fischl und die Heizer zusammen Mietek Juzek Watzek Fischl Fischl schon nicht da ist gestorben aber Schwarz kam nach Birkenau dass in diesem Jahr wenn sie auch dort sind war keine Selektion ja dort war überhaupt keine Selektion ja nicht wenn ich also im Sommer 43 wurde das Krematorium 1 geschlossen weil die Häftlinge von dort kamen ja ich habe mit sie gesprochen ja und ich habe auch warum ich konnte auch sagen warum das war weil sie mir sagen das ist aber schon eine Sache die ich gehört habe die ich schon also jedenfalls ich will wissen sie waren doch immerhin zwischen dem Sommer 1943 und dem 18.1. 1945 das waren anderthalb Jahre im Krematorium ohne dass ihnen das Schicksal geworden ist dass sie selektiert und vernichtet worden sind nein ja und warum in die Jahre 1943 bis zum 45 in Birkenau waren selektionen waren selektionen aber ich sage in in der Stammkrematorium Stammlager waren keine und sie waren ja nicht mehr dort sie waren ja aber die Kameraden kamen ja und die bleiben schon bleiben schon ja man hat auch immer gesagt die Angehörigen des Sonderkommandos die drei vier Monate das dort mitgemacht hatten die so viel wussten und die so viel gesehen hatten die wurden dann immer getötet damit sie nicht länger dort bleiben sollten nein so ist es bisher gesagt waren Selektionen aber man konnte nicht sagen dass jede zwei oder drei Monate also ich sage so im Jahre 1942 wo ich gearbeitet habe im Krematorium Auschwitz dort war überhaupt kein Nein wir sind jetzt Im Jahre 1943 war eine Selektion das war eine Selektion das war zugegen Wlete okay Ende des Sommers gemacht wie war das eben Herr Dolmetscher Ende des Sommers Sommers 1943 wo die Selektion war gemacht in Nadwozzi Nablocu Nadwozze am Vorhof dem Block 13 wo wir waren 30 Häftlinge als Heizer wir arbeiten im Krematorium 4 wir kamen immer zurück nach Nappel da kamen wir zurück und da war schon eine Selektion die Selektion war dort Schwarzhuber ja und man hat genommen die Starken man hat sie gesagt ihr fahrt nach Lublin ja und die nicht starke die hat man dort gelassen damit man so aber nachher wenn Lublin kommt das Sonderkommando von Lublin sehen wir sehen wir dass das sie haben dass sie haben Botti 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 Holinki Schuhe Stiefel Stiefel von ihren Leuten da fragen wir was die wurden dort vergast das war einer zweite Mal war wieder eine Selektion wer waren denn die Häftlinge im Sonderkommando 13 die nicht im Krematorium Dienst getan haben was haben die denn für eine Arbeit gehabt oder für eine Aufgabe sie waren Stubendienste die nicht im Krematorium trotzdem im Sonderkommando waren die also da immer selektiert wurden wie sie eben sagen das waren lauter Stubendienste nein das waren Häftlinge die im Sonderkommando und was taten die denn gearbeitet genau dasselbe was sie machten nicht die waren nicht Heizer sondern was waren sie haben die Kramoten zusammen ja sie sagten doch vorhin dass das keine Einteilung war dass der eine das macht der andere den sondern jeder der im Sonderkommando war wurde auch für alles eingesetzt ja ja so ist es wieso kam es denn dass diese Leute die da vor ihnen selektiert worden sind dass die schon zu Hause schon in ihrem Block 13 waren naja die wir waren als Heizer aber das viermal sind sie gekommen ist gekommen Gorgels und sagt die Kramotten muss man da geht es auch das war nicht immer dass es so war es war doch nicht eingeteilt dass der da muss das oder der da muss das jetzt aber nach Nappell fahren wir bleiben immer nach Nappell wir kamen ins Lager immer nach Nappell ja nun noch eine Frage sie haben uns vorhin gesagt als sie damals von Aumeier vom Block 11 ins Krematorium geführt worden seien da hätte dort stark gestanden ins Krematorium eins in Auschwitz ja in Auschwitz wieso wussten sie dass dieser Mann stark war wir wussten damals wenn ich ersten Tag komme ich wusste überhaupt nicht eben ich wusste nicht das meine ich auch ja aber sie sagten uns doch es wäre stark gewesen haben sie denn erfahren dass das stark war aber ich will schildern nach die einigen Tagen wie ich dort gearbeitet habe habe ich die SS-Männer der Rotten Führer dort und der Klaus zusammen sprechen waren Zeiten so eine dass der Rotten Führerkampf ist hier der Oberschaf hier stark ja und das ist eine ich möchte sagen das ist eine ein SS-Männer Akademie und ebenso haben sie uns dann von Grabener und Aumeier gesprochen wieso kannten sie diese auch auch das haben sie zusammen weil wir waren Herr Vorsitzender wir stehen ein oder zwei Meter vor Sie da wenn wir die Klamotten zusammen da sprechen sie da geht es zwei Stunden ja und dann haben sie weiterhin uns erzählt dass da in diesem Krematorium 1 in Auschwitz ein Brand ausgebrochen war weil sie diese Öfen nicht oder die Ventilator nicht richtig bedient haben was hat denn da eigentlich gebrannt das hat nicht gebrannt so die Ventilatoren haben die Ziegel weil es war zu viel raus gerissen und der Feuer kommt heraus wo heraus aus den Öfen rausgerissen da müssen wir es mit Wasser mit Wasser aber nicht Feuer am Dach oder oder so so es dann haben sie gesagt bei dieser Gelegenheit hätte er stark drei Häftlinge erschossen sodass sie nur noch vier gewesen seien von den sieben hätte er drei erschossen sodass nur noch vier übrig geblieben seien bei ihrer Vernehmung haben sie gesagt stark erschossen bei dieser Gelegenheit vor meinen Augen vier Häftlinge ich konnte sagen dass damals war es Neumann Goldschmidt und Philipp Weiß und wieso kannten sie die Leute denn mit vollem Namen ich konnte es sagen denn Philipp Weiß Darum konnte ich mit den Namen weil er ist von der Stadt Zeret am Waag wie ich geboren und gelebt Sie kannten ihn schon von früher ja von früher den Goldschmidt ich konnte schon nicht mit anderen Namen Außerdem kannten sie auch den Samuel Jakowski mit Namen Samuel Jakowski mit ihm von 1943 bis zum Ende Sonderkommando er lebt auch ich möchte so sagen dass wie die Evakuierung dem Konzentrationslager Auschwitz war da leben von dem Sonderkommando nicht nur ich sondern ich habe sie gesehen Lulus Samuel Jankowski Schwarz und ich nicht ich selber Nun haben Sie uns erzählt dass nach diesem Unfall da in dem Krematorium 1 die Leichen aufgeladen worden sind auf Lastwaren und hinaus gefahren worden sind wer hat denn die Leichen aufgeladen auf die Lastwaren wie viel Lastwaren waren denn das das konnte ich aber sie kamen 1 2 3 mehr das waren so und wie viele leichen werden das ungefähr gewesen sein 500 500 und die haben sie abgefahren in diesen Zump und dann haben sie am nächsten Tag wieder heraus ziehen müssen wo sind denn die Leichen dann hingekommen nachdem sie heraus gezogen hatten von dem Grab wir zogen sie nicht heraus nur auf eine nur auf geschickt auf eine bei die Nacht haben wir sie nur wie man sagt wir haben sie beiseite geworfen und anderen Tag kamen wir und das Auto nimmt das Wasser da gehen wir auf einen Haufen zusammen und liegen lassen und mit Chlor und Erde aber nicht dass wir sind da sie haben sie so dann haben sie gesagt der boga sei seinerzeit mit dem Motorrad gekommen heute haben sie gesagt er sei mit einem Fahrrad gekommen ich sage so entweder Motorrad oder Fahrrad das weiß ich nicht und dann hatten sie noch gesagt boga sei bei jeder Vergasung zugegen gewesen nein sie haben gesagt in diesem zusammenhang möchte ich unterstreichen dass bei jedem Vergasen oder Erschießung im Krematorium stets boga dabei war vielleicht ist es nicht aber wenn ich mich gut erinnere er war bei viel Vergasung aber bei allen wo man hat geschossen da hatte ich immer war er dort wo man geschossen hat er konnte vorher eine halbe Stunde oder ich weiß schon wie viel es war und nachher kommen die Menschen zum Schießen das war vielleicht so das war aber schon in dem Krematorium Das war schon in Krematorium 4 in jahre 1942 habe ich nicht boga gesehen 42 haben sie nicht gesehen nein sie sagten aber sie haben doch einmal gesehen wie an der schwarzen wand im block 11 erschießungen vorgenommen wurden da war nur stark und klaus wie sie sagten ja und noch der Rottenführer aber der schießt nicht der steht nur dort ja ja ich habe keine Fragen mehr noch sagen Herr Müller kennen Sie Herrn Josef Farber aus Brach den Farber ich kann ihn nicht aber heute habe ich von vorn meinen weg ich kam hier da habe ich gehört dass er kommt Herr zum Sie kennen ihn gar nicht überhaupt auch vom Lager nicht haben Sie sich mit einem ehemaligen Häftling oder mit jemand anderem in der letzten Zeit oder überhaupt in den letzten Jahren über die Person des Klaus einmal unterhalten dieses Klaus den Sie uns hier gezeigt haben ich verstehe nicht was wie Sie ja sehr Bluviste darf ich Ihnen das sagen bitte sehr Bluviste někde s nějakým tríjvějším věznem o Panu Klaus o kterým se dnes tady mluvil bliviste ne bavíl nějakým třívěším věznem o tým plásový vě vě kón dnes 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 Klaus je z dnes jahre 19 dnes jahre vě vě konzentrationslága ich also jaz jsem se nes vě 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 habe meine arbeit meine kinder und ich werde vergessen auf allem was ich wollte vergessen was es war aber ich mir mich es hat mich interessiert alles was von konzentrationslager geschrieben war und so ja aber sonst wollte ich vergessen auch wenn es nicht gibt das kann man nicht vergessen damals und ich sprichte vielmals mit kameraden von konzentrationslager aber von ich habe schon im jahre 1936 wenn ich wenn man 46 63 beim gericht habe ich schon vorher wenn ich hörte dass es angehöriger ist hier und ich ersten hörte von stark ich kann nicht starken bohr ich kann nicht die namen den anderen ja und damals habe ich schon vor dem vor vor dem distriktsgericht in brach gesagt dass der klaus war es aber ich kann schon nicht mehr den namen ja vom gericht noch fragen herr straßenwalt herr zeuge um noch mal auf die erschießung an der schwarzen wand zurück zu kommen standen sie im hof das kremator des zwischenblock zehn und elf ja wie oft haben sie den von ihnen mit klaus bezeichneten ss mann dort gesehen einmal mehrmals mehrmals können sie sich erinnern genauer erinnern wie viele personen dieser klaus erschossen hat bei den malen an denen sie ihn beobachtet haben das möchte ich so sagen ich wenn ich es zusammen was weil geschossen hat stark und wenn sie mehr waren auch klaus hier ja zusammen minimal was ich gesehen habe was ich gesehen habe 2000 minimal beide zusammen stark unter klaus aber mehr stark der klaus schiste nur damals wenn wenn schon 80 oder 100 aber vielmals kommen die transporte nur 50 leuten 60 da das ist stark ich habe da im augenblick keiner weiter vorsitzende wir wussten bisher überhaupt nicht dass es sein wir haben zwar den zeugen benannt wussten aber überhaupt nicht dass es ein protokoll darüber gibt ich selbst habe dieses protokoll nicht gesehen sondern lediglich rechtsanwalt grabe und ich frage wird der zeuge heute hier zu ende vernommen denn ehemann fragen an ihn stellt wäre es doch außerordentlich wichtig dieses protokoll kennenzulernen ja also herr richter war und wenn die frage nicht übermäßig viel sind hatte ich die absicht den zeugen heute zu ende zu vernehmen das ist natürlich sehr schwer wenn man dieses protokoll umfasst doch eine ganze anzahl zehn zeiten wurden ja ja ich habe wie ich den termin heute angesetzt habe lediglich ihren beweisantrag in händen gehabt ihr beweisantrag hat sich auf drei zeiten erstreckt und ich habe deshalb auch meine bei meiner disposition damit gerechnet dass wir mit dem zeugen alle höchstens eine stunde uns aufhalten müssen nicht infolge dessen kommen wir jetzt vollkommen aus der ganzen planung heraus denn ich sehe dass auch die anderen zeugen die hier noch geladen sind zum beispiel bei sikowitsch und radwanski und auch kräht dass die also ganz weitgehende aussagen zu machen haben die also gar nicht schnell abgewickelt sein werden tja also mit der ausnahme bei sikowitsch kenne ich auch die anderen protokolle nicht die waren auch nicht bei den akten gewesen die habe ich am donnerstag von der jetzt fragen zu stellen wenn die zeugen also geladen werden uns hier präsentiert werden und wir wissen nicht was sie früher gesagt haben wir können sie völlig sind überhaupt nicht in der lage irgendwelche vorhalte zu machen tja herr ich so weit wem sagen sie das ja ihnen hervor ja mir aber ich habe sie ja selbst nicht gehabt wie kann ich sie ihnen geben nein das sage ich auch nicht aber sie haben sie jetzt jetzt habe ich jetzt und es und ich muss dem kollegen ormond insoweit beitreten ich sehe mich auch außerstande an den zeugen fragen zu stellen weil ich gar nicht weiß was in dem protokoll alles drinsteht ich kann natürlich nur das stellen was er jetzt hier gesagt und was ich was ich mitgeschrieben habe aber ich kann ihm nicht vorhalte machen weil ich protokolle nicht kenne tja meine herren wenn sie diese schwierigkeiten haben dann muss ich eben vorschlagen dass wir die den zeugen noch mal auf den donnerstag bestellen und dass sie dann in der lage sind innerhalb dieser paar tage sich die protokolle einzusehen allerdings dann auch die anderen weil sichowitsch und radwanski von kreth habe ich kein protokoll da habe ich nur eine längere literarische auslassung herr und sie können es nicht wirklich dass das foto kopiert wird von seiten des gerichts denn es sind ja sind ja wohl nicht nur der kollege ormond und ich verteidigung des angeklagten stark kreth habe ich kein protokoll da habe ich nur die ausspitzhefte gut die haben wir auch sehen sie aber die denken wir nicht mit dem beweisvertrag hervorsitzender nein aber jedenfalls könnte ich mir vorstellen dass der zeuge kreth bei seinen aussagen auch darüber berichten wird und will und vielleicht sogar muss ich glaube der herr ormond hat ja den herrn kreth konkret benannt ja zu ganz anderen dingen als zu dem was in den ausspitzheften drinsteht ich glaube es wäre doch wohl auch mindestens eine pflicht der fairness dass er uns sagt wo er sein wissen her hat nun ich nehme an der kreth hat das habe ich ihnen ja gesagt einen ausführlichen berichtenden ausspitzheften in der strafkompanie das ist das was ich gehabt habe und sonst ist mir gesagt worden dass der zeuge kreth wichtiges zu bekunden hat einzelheiten darüber weiß ich nicht mehr als das was in dem beweisantrag drinsteht herr vorsitzender darf ich mir dennoch die anregung erlauben den zeugen heute fertig zu vernehmen denn es werden ihm viele vorhaltungen nicht zu machen sein die vorhaltungen die sie herr vorsitzender ihm gemacht haben sind ja deutlich für jeden zu hören gewesen und die beurteilung daraus wird für das gericht nicht allzu schwer sein ich würde noch einige vorhalte zu machen haben mehr auch nicht ja er hat das können sie am donnerstag noch mal hierher kommen ja er kann auch kommen ja also ich könnte mir vorstellen dass dann auf jeden fall noch fragen gestellt werden und ihn heute zu ende zu vernehmen das würde mindestens bis sechs uhr dauern herr direktor ich glaube ich habe nur drei fragen etwa ja sie ich würde sie bitten aber sie sehen dass hier der rissmann steinacker sitzt ich würde sie bitten dass wir die frage dass sie die fragen heute noch zulassen bitte sehr habe ich nichts dagegen bitte also dann stellen sie bitte ihre drei fragen der zeuge ist es richtig dass sie was ihnen der vorsitzende schon vorgehalten hat in prag am 2 dezember 1963 eine aussage vor dem dortigen bezirksrichter gemacht haben das habe ich gemacht ja 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 wie erklären sie sich dass sie damals gesagt haben beispielsweise sie wären nur während des monats juli 1942 in birkenau gewesen während sie heute gesagt haben sie wären ab anfang juli bis zum jahre 1943 in birkenau gewesen was ist richtig entschuldigen sie bitte würden sie den vorhalt konkretisieren auf welcher seite und wo die zweite zeile würden sie mal nachsehen auf seite 8 eins zwei drei vier fünf sechs siebte und achte zeile von unten würden sie das mal lesen da steht nur dass er im krematoriumskommando in birkenau ab sommer 1943 gearbeitet hat bis zum 18 januar 1945 genau das hat er heute gesagt ich halte ihm was anderes vor ich halte ihm vor dass er auf der seite 5 seiner damaligen aussage gesagt hat dass er nur während des monats juli 1942 nach bunah gegangen sei bis dort die typhus epidemie ausgebrochen sei dann sei man nicht mehr nach bunah gefahren während er heute gesagt hat er ist von sommer von anfang juli 42 bis 43 in bunah gewesen in birkenau gewesen und ist erst dann zum krematoriumskommando gekommen das hat er dann allerdings heute gesagt moment 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 er hat gesagt im april 42 kam er nach auschwitz und war im kommando fischl vom mai bis ende juni 42 jawohl ja und dann kam er nach bunah und dann kam er von bunah zurück zunächst in krankenbau vom krankenbau zu dem kartoffelschäler kommando und dann kam er im juli 43 vom kartoffelschäler kommando wiederum in dieses krematoriumskommando diesmal in birkenau also ich habe seine aussage heute hier mit geschrieben und so verstanden dass er als er aus dem fischl kommando heraus kam nach birkenau gekommen nach bunah gekommen nach bunah richtig so war es und weiter und dass er erst 1943 dann in das krematoriumskommando in birkenau kam genau so war es er hat aber hier gesagt er ist nur einen monat in bunah gewesen früher in seiner vernehmung moment ich halte ihm hier nur den widerspruch zwischen seiner heutigen aussage und der damaligen vor also er sagt zunächst ähm beim krematorium hielt ich es bis ende juni 42 aus das hat er auch heute gesagt als es mir gelang unter der wirksamen hilfe des arbeitsdienstheftlings und so weiter durch ersetzungen mit einem anderen häftling weg zu kommen um mich nicht in unmittelbar nähen auschwitz auf fuhr ich erneut nach bunah bis zum juli 42 bis zum juli 42 bis zum juli 42 ja ja ich konnte es ja sagen das ist nicht so erst mal bis juli 42 fahre ich wieder weil damals hat man noch in die waggonen zurück ja und nachher ja ins nach monowitz ja nach monowitz weil man wegen der tifus epidemie die leute nicht mehr in das stammlager zurück transportiert sondern man hat sie in monowitz gelassen weitere frage ist für mich reicht das wie hieß der ihr kamerad schwarz mit dem vornamen moritz oder max moritz moritz oder max sie haben auch heute moritz gesagt damals haben sie max gesagt nein ich sage ihnen schon vorher max oder moritz max oder moritz vielleicht max und moritz geheißen noch noch ein weiterer vorhalt sie haben uns heute gesagt dass sie an dem sonntag nachdem sie die ganze nacht durch vom samstag zum sonntag mit den leichen beschäftigt gewesen sind sie aufzuladen sie abzuladen dass sie dann bis nach dem mittag wieder im block elf gewesen wären und zwar bis nach dem mittagessen ist das richtig darf ich sie fragen warum haben sie dann damals seite vier in der mitte seiner damaligen vernehmung gesagt sie wären vormittags wieder aus dem bunker herausgeholt worden um dann mit dem feuerwehrauto jenseits von auschwitz zu fahren wann sind sie denn nun wirklich weggekommen wieder aus dem lager weggefahren ich würde sagen das war so wir waren diese nacht in dem bunker nicht in die zelle 13 das war nachher wo kein fenster war das war ein dunkel wir kamen wir kamen heraus den anderen tag so gegenüber zwölf oder halb zwölf oder elf oder eins aber das ich bin keine statistik ich habe andere sorgen wie sich wie sich was fragen weil ich wüsste ja also er sagt er kann es nicht so genau wissen er hat vorhin gesagt wenn ich nicht irre sie bekam erst noch ihr essen ja ihr essen noch und dann wurden sie weggeräumt weggefahren eine weitere frage wie erklären sie sich dass die vergasten leichen so verletzt waren dass sie ihre kleidung bei dem transport der leichten mit blut besudelten wo kam das her der zeuge hat gesagt es war ein derartiger todeskampf dass die leute sich gegenseitig verkrampft und verkrallt haben ich werde ja Direktor ich möchte so sagen ich habe gesehen bei der vergasung hunderttausende vergasen und die menschen weil der vergasung das war nicht nur eine minute das dauerte acht zehn auch mehr oder sieben minuten oder ja und die menschen von ihnen geht ja alles blut von ja aus nasen darum war doch das war doch das war doch schrecklich wie die menschen leiten das war doch nicht auch blut war dort alles sie haben weiter in ihrer früheren vernehmung noch mehrere einzelheiten über das was sie angeblich von dem angeklagten stark beobachten konnten geschildert sind ihnen noch konkrete dinge in erinnerung die sie heute nicht erzählt haben ja ich konnte ich konnte erzählen ich konnte das war ich habe noch gesehen die noch nicht aber sagen wir die halb mehr wie die halbe menschen bei vernichten wenn ich das nicht verstanden ich habe gesehen mehr wie halb äh wenigstens die halbe äh menschen die vernichtet waren die hälfte der menschen die vernichtet waren ja wenn ich echt echt jeden jeden Moment schildern ja was ich noch weiß könnten sie jahrelang wenn sie hier sitzen da können da könnte ich sprachen nein der herr rechtswald will ja nur von ihnen wissen ob sie noch dinge wissen von dem angeklagten stark die sie uns nicht erzählt hätten verstehen sie mich ob sie noch etwas von dem angeklagten stark erzählen könnten was sie uns nicht bisher erzählt haben ich könnte auch noch könnten sie noch dinge erzählen haben sie früher gesagt dass die frauen die der angeklagte stark nicht in die gaskammern gehen ließ eine größere zahl jeweils gewesen sei heute haben sie zwei gesagt von jedem transport nimmt er aber nicht immer nicht immer ja aber ich möchte so sagen 90 prozent mal von 100 prozent von 90 prozent nimmt er immer frauen ja aber von acht zehn dann schießt er zwei drei und die anderen schauen zu die anderen schauen zu und was geschieht dann mit den anderen er schießt sie dann wieder er schießt sie dann auch nachdem er zwei bis drei so gequält hat ja so gequält und die anderen dann schießt er ich war doch dabei soll er soll er soll er soll er stark sagen ob er mich kennt weiter er hat gesagt fischl kommando ich möchte nicht ich möchte noch einzelne sagen wenn ich hier die hosen könnte herunternehmen ich hätte und zeiten ihnen wo mich stark wo mich stark mit der mit der sohle schwer hier getreten ja ich konnte ich konnte ihm auch sagen wenn es da war wenn wir die leichen ziehen von von block 11 wo er schießt und damals ziehe ich den wagen den ersten ja und wie man kommt zu den krematorium zu den tor da ist es so eine kleine so eine Mulde und einmal mit dem wagen der wagen macht so und die leiche fallen ja noch dass der was stark gemacht hat noch das können ich ihnen noch zeigen ich könnte noch viele und viele von stark äh äh sagen ja wenn sie wollen da kennen wir ja wenn kennen wir ja ich war dabei ja wie erklären sie sich dass in den auschwitz heften von den vergasungen im jahre 1942 nur aufzeichnungen enthalten sind über solche in den bauernhöfen bei birkenau und nicht mehr im alten krematorium ich widerspreche diesem vorhalter vorsitzender der zeuge kann keine angaben darüber machen wie die auschwitz hefte zustande gekommen sind wenn das gegenstand der beweisaufnahme werden soll Herr rechtsanwalt dann bitte ich sie zu beantragen dass der entsprechende teil der auschwitz hefte verlesen wird na gut das lässt sich aber auch nehmen ja also herr rechtsanwalt der zeuge kann ja nicht wissen ich frage es wie er sich erklärt wie soll er das sich erklären er kann das ja doch na gut die frage wäre allenfalls so zu stellen wie es zu erklären ist dass der sachbearbeiter der die auschwitz hefte gemacht hat von dem was der zeuge dazu zu sagen hat bis jetzt noch nicht kenntnis hat vielleicht ist die nächste ausgabe anders ich habe keine weitere frage ja ja also Herr rechtsanwalt Ormond Sie hätten noch Fragen zu stellen Herr Vorsitzender bei diesem Komplex wir haben zwei Überlebende hier des Sonderkommandos das ist doch einer der bedeutsamsten Zeugen ja nun ich frage es sicher noch ja ich wollte also sehr darum bitten dass uns dieses Protokoll zugänglich gemacht wird und dass ich dann Fragen stellen kann wenn ich es morgen früh bekomme kann es fotokopiert werden ich kann es dann an jemand weitergeben der es jedenfalls so halten würde ja also ich bin bereit es Ihnen so vorzugeben denn ich brauche es heute nicht mehr tja vielleicht geben sie es dann morgen weiter gleich an den Rechtenwald Steinacker wer möchte es noch haben also nur Rechtenwald Steinacker dass er es morgen dann auch noch einsehen kann Herr Vorsitzender Sie haben die Protokolle auch? Kann ich die dann vielleicht haben? Die können sie auch haben aber ich bitte mir ich gebe ich Ihnen dann morgen ja ich werde mal sprechen können ich komme Herr Schiff also die insofern zu den Gerichtsakten gekommenen Protokolle sind damit Gegenstand der Akten und können eingesehen werden meine Herren ich möchte Sie noch auf Folgendes hinweisen noch mal sagen aber ich bin schon wenn ich von den sprich Sie sind ermüdet ich habe noch mehrere wie ich sehe aber jetzt ich sehe gut viele noch hier zu sagen Sie haben noch viel zu sagen ich habe auch viel zu sagen aber ich bin schon Sie sind ermüdet Ja 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 Also Herr Dolmetscher ich bitte Sie dann am Donnerstag früh um 8.30 Uhr noch mal da zu sein Sie hatten uns am letzten Montag Ihre Erlebnisse erzählt die Sie gehabt haben in den Krematorien und hatten uns zum Schluss Ihrer Vernehmung gesagt dass Sie noch weitere Aussagen machen könnten bitte wollen Sie das jetzt tun Sie 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 je Sie Herr Sie 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 können es Ich will dem Herrn Vorsitzenden vor allem sagen, warum ich noch hier sitze und wie ich das alles überlebt habe. Und ich will Ihnen kurz rekapitulation alles da sagen, was ich letztes Mal nicht sagen konnte. Im Jahre 1942 bin ich aus Auschwitz mit Hilfe eines Häftlings, dem ich bestimmte Zuwendungen machte, aus diesem Lager herausgekommen. Wenn ich heute darauf zurückblicke, wenn ich auch das nicht ausgeführt hätte, hätte ich das durcherlebt, wenn nicht bestimmte Krankheiten gekommen wären, weil dann im Jahre 1943, als ich ins Krematorium Nummer 1 kam, nach Birkenau, bin ich dort mit Häftlingen zusammengetroffen, mit dem Luscha Moris aus Frankreich. Ich führe weiter an Samuel Jankowski aus Frankreich. Es war ein Franzose polnischer Ursprung. Also praktisch von meinem Weggang oder im Verlauf meines Verweilens kam es zu keiner Selektion im sogenannten Fischelkommando im Jahre 1942, also konkret in Auschwitz. Im Jahre 1943 kam es zu einer weiteren Selektion im Sonderkommando Birkenau. Die Selektion wurde im Vorhof des Blocks 13 durchgeführt. Dort wohnte das Sonderkommando. Das war das Lager B2D und wurde nach dem Appell durchgeführt, also in einer Zeit, in denen wir, also diese 30 Häftlinge bei dem Sonderkommando, in dem Krematorium Nummer 4 sind wir erst nach der Selektion, also nach dem Appell wieder zurückgekommen. Ja, Moment, war das nicht im Lager B2D wie Dora? Was war das? Bilotow? Bilotow, Kmenow im Lager Oswetimi, Birkenau. Es war im Stammlager Birkenau. Also im Lager Birkenau, und zwar im Lager D wie Dora. D wie Dora? Ja, ich weiß nicht. Wie sehen Sie das? D. Ich würde das konkret ausprobieren. Wenn ich das so ausprobieren, wenn ich das so ausprobieren, wenn ich so aus dem Zornen sage, sagt man. Zornen zu sein? Nein, das ist Koppel. In Richtung Baden war das 3. Tor. Das erste Tor war das Krankenhaus, das 2. Tor war das Zigernerlager, Das zweite war das Zigeunerlager und dann kam das Lager D. Sie sagten vorhin B oder habe ich Sie falsch verstanden? Hat er D gesagt, dann war das ein Hörfehler, ich bitte um Entschuldigung. Das war die einzige Selektion im Jahr 1943. Von dem Sonderkommando? Von dem Sonderkommando. Im ganzen Jahr 1943 nur eine Selektion? Im ganzen Jahr 1943. Und sind vielleicht die Mitglieder des Sonderkommandos sonst wie umgebracht worden ohne Selektion? Nein. Nein. Das Sonderkommando im Jahr 1943 war einmal selektiert worden und das auf dem Vorhof des Blocks 13. Ja, also wir haben das bisher anders dargestellt bekommen. Wir haben dargestellt bekommen, dass alle drei bis vier Monate die Mitglieder des Sonderkommandos umgebracht worden wären. Ich möchte dazu Folgendes sagen, ich habe eine ganze Menge Literatur gelesen, die sich mit dieser Frage befasst. Herr Vorsitzender hat recht, dass in dieser Literatur ein Wettbewerb darüber besteht, dass die Liquidierung der Sonderkommandos im Laufe von zwei bis drei Monaten kam. So steht es in der Literatur. Aber Sie haben nur eine Selektion im Jahr 1943 erlebt. Ja. Nun weiter. Ich möchte noch bemerken, die Selektion, die im Jahr 1943 durchgeführt worden ist. Dort wurden Häftlinge ausgesucht, die kräftigsten, mit dem Bemerkung, dass sie zur Arbeit nach Lublin gehen. Ja, das ist schon von Ihnen am Montag gesagt worden. Im Jahre 1944 kommt es zu einer weiteren Selektion und diese Selektion wurde durchgeführt einige Wochen vor dem Aufstand. Das, was ich jetzt sagen werde, das habe ich nur gehört. Und das ist das, dass diese Häftlinge in der Effektenkammer von Auschwitz. Ich weiß allerdings nur so viel, dass die Verbrennung dieser Häftlinge, jetzt weiß ich nicht genau, ob ein Krematorium eins oder zwei, wurden verbrannt durch die Angehörigen der SS, mit dem Bemerkung, dass den Häftlingen gesagt wurde, dass es sich um die Verbrennung von Zivilbevölkerung handelt, die im Verlauf der Bombardierung umgekommen ist. Ja, bitte schön. Im Jahre 1944 kam es zu dieser Selektion unmittelbar vor, also einige Wochen vor dem Aufstand. Dann kommt es, möchte ich sagen, zum Aufstand des Sonderkommandos, wo ich praktisch durch ein Wunder davon kam. Und dann kommt schon der 18. Januar 1945, wo nicht nur ich, sondern einige weitere zehn des Sonderkommandos nach Mauthausen gekommen sind. Es ist wahr, dass in Mauthausen beim Antreten und beim Appell sind einige SS-Leute vorgetreten und fragten, wer im Sonderkommando gearbeitet hat. Ich will daher sagen, dass das Sonderkommando, dass nicht nur ich das Sonderkommando erlebt habe, aber auch andere Häftlinge, die im Jahr 1942 dort gearbeitet haben, wie der Samuel Jankowski, Loulou Schmorris und die übrigen, mit denen ich im Lage Birkenau zusammentraf, als wir mit dem Transport davon kamen. Wir sehen von dieser Tatsache, dass weitere zehn Angehörigen des Sonderkommandos auch wegtransportiert wurden, mit den übrigen Häftlingen. Da handelt es sich um die Mitglieder des Sonderkommandos, die erst im Frühjahr 1943 praktisch in dieses Sonderkommando gekommen sind. Das sind Grundsätze, auf die ich keinen Einfluss hatte und die sich außerhalb meines Willens abgespielt haben, ohne dass ich sie so wünschte oder etwas dazutun konnte. Eine wichtige Rolle, die bei mir war, dass ich 20 Jahre alt war, dass ich jung war, dass ich lebens wollte und was mich hauptsächlich gestärkt hat, die ständigen Vorbereitungen des Bauers zum Aufstand. Ich habe das so gesehen, wobei ich das so sah, dass aus diesen einigen Hundert, nur einige wenige gerettet werde. Und ich sagte mir, wenn das ich wäre, das war die zweite Seite meines Willens, warum ich eigentlich lebe. Ich möchte nur einen Vorfall schildern, wie in Birkenau und auch in Auschwitz das Schicksal eines Menschen selbst entscheiden konnte. Zum Beispiel die polnischen Häftlinge, die im Krematorium als Heizer in Auschwitz schon lange vor mir gearbeitet hatten, wurden im Herbst 1944 im Herbst 1944 direkt die politische Abteilung gebeten, damit sie aus Birkenau abtransportiert werden. Das war konkret. Mietek Morava, Južek Ilčuk aus Lublina, Wacek Lipka aus Warschau. Es wurde ihnen entsprochen, sie wurden auch weggebracht und in Mauthausen erschossen. Wenn sie das nicht getan hätten, bzw. sich das Schicksal selbst gewählt haben, hätten sie das normal alles erlebt Und am 18. Januar 1945 werden sie dann gemeinsam mit uns weggekommen. Ja. Sind noch Fragen von Seiten der Staatsanwaltschaft? Von Seiten des Herrn Rechtsmann Ormond? Bitte. Herr Zeuge, wie viele überlebende des Sonderkommandos oder der Sonderkommandos kennen Sie? Keine Namen, sondern nur Zahlen. Ich weiß nicht, wer heute noch von diesem Sonderkommando lebt. Aber entschieden wird es nach meiner Ansicht, eine Reihe von zehn Leuten sein. Wie stark war denn bei den einzelnen Krematorien in Ihrer Zeit ein Sonderkommando? Wie stark war denn bei den einzelnen Krematorien in Ihrer Zeit ein Sonderkommando? Das Fischl-Kommando hat im Jahr 1942 in Auschwitz sieben Mitglieder gehabt. Unabhängig davon, außer uns war dort noch ein Kommando von Heizern. Im Jahr 1943 und 1944 war der Stand des Sonderkommandos verschieden. Einmal gegen 350, nach der Selektion, nach meiner nüchternen Schätzung, in der Zeit der Ankunft der ungarischen Transporte, wo es innerhalb von 24 Stunden zur Vergasung von 25.000 Menschen kam, war der Stand des Sonderkommandos um 900. Dabei ist berücksichtigt, dass in zwei oder in drei Schichten gearbeitet wurde. Es wurde auch an verschiedenen Arbeitsstätten gearbeitet. Es wurde auch ununterbrochen wie 60 Stunden in Schichten gearbeitet. Es gab auch wieder Tage, ein oder zwei, ich spreche konkret vom Jahr 1944, wo es einigermaßen Ruhe gab. Herr Zeuge, wenn die Zahl also nahezu 1.000 war und Sie vorhin uns sagen, dass das in den Zehnern war, was übrig geblieben ist, dann müsste sich daraus ergeben, dass mehr Selektionen der Angehörigen des Sonderkommandos stattgefunden haben. Nein. Ja, wie erklären Sie denn dann? Ich erkläre es Ihnen sehr einfach. Im Jahr 1944 kam es praktisch zu zwei Selektionen. Es kam zum Aufstand, wo eine Reihe von Leuten erschossen worden ist. Und jetzt, nach meiner nüchternen Schätzung, blieben 150 bis 160 oder vielleicht 200 Häftlinge, die übrig blieben am Leben. Sie haben uns vorhin erzählt, dass die SS aufgefordert hat, dass diejenigen, die dem Sonderkommando angehören, vortreten sollen. Und Sie sagten dann, sie sind nicht vorgetreten. Waren denn die Angehörigen des Sonderkommandos nicht so bekannt bei der SS, dass mindestens eine Anzahl sich gar nicht verstecken konnten, sondern erkannt wurden? Ich möchte darauf hinweisen, dass konkret der SS-Mann, der diese Sache vor unserem Block in Mauthausen durchgeführt hat, Das war ein SS-Mann aus Birkenau. Ich habe ihn dann einige Mal gesehen. Er hat nicht im Krematorium gewohnt. Er hat mich jedenfalls nicht erkannt. Ich war nicht allein da. Ich kann mich erinnern, dass neben mir der Kapo Leiser stand. Schleume und weitere. Herr Zeuge, ich möchte Sie jetzt wegen einzelner Angeklagter fragen. Sie haben uns erklärt, dass stark aus der Kiste mit Wertgegenständen sich einzelne Schmucksachen und dergleichen angeeignet hat. Können Sie im Einzelnen schildern, Sie haben das früher einmal getan, wie er diese Sachen verwahrt hat oder versteckt hat? Was versteht ihr? Die Kiste, in der diese Wertsachen waren, die befanden sich im Vorhof des Krematoriums. In diese Kiste wurden hereingeworfen die verschiedensten Wertgegenstände vor allem. Ich möchte bemerken, dass es nicht nur stark war, der so etwas genommen hat, sondern auch der Rottenführer, war es auch Klaus. Normalerweise haben sie das so gemacht, dass sie ihm etwas liebte und sie es in die Tasche steckten. Es kam auch manchmal zu solchen Dingen, Es wurden auch Platin-Armbänder gefunden. Bei denen waren es zwei bis drei-karätige Brillanten. Das wurde auf die Art und Weise gemacht. Im Krematorium befanden sich kleine Holzkisten. In diese Kisten wurden dann die Asche den Verwandten geschickt. Und in solchen Kisten, das habe ich einige Mal gesehen, hat stark Ob er es für die anderen auch getan hat, kann ich nicht sagen. In dieser Kiste gab er diese Wertgegenstände. Er kam in die Eingangstür des Krematoriums und bog in diesen kleinen Raum rechts ab, in die zweite Tür nach rechts, wo die Asche war. Das war eine große Halde von Asche. Und da hat er einige Mal, wie ich selbst gesehen habe, die Gegenstände versteckt. Wissen Sie noch ein anderes Versteck von stark? Ein weiterer Vorfall, der dort geschah, hat ein weiterer Vorfall geschah folgendermaßen. In dem letzten Schub des Sonderkommandos waren zwei slowakische Juden, von denen der eine ein Schneider war und der hat ihm auf Befehl von Stark die Aufschläge aufgetrennt. Er hat das konkret in dem Raum gemacht, im rückwärtigen Teil, wo der Kapo der Heizer seinen Raum hatte. Und dort hat er ihm einige Sachen eingenäht. Herr Zeuge, Sie haben uns geschildert, dass Stark Frauen, die seine Opfer waren, besonders ausgewählt hat, 10, 15, wenn ich mich erinnere, und die dann besonders gequält hat, bevor er sie endgültig erschossen hat. Dass er sie also in verschiedene Körperteile geschossen hat und sich daran geweidet hat, wie seine Opfer gelitten haben. War Stark der einzige von den SS-Männern, der dieses grausame Spiel getrieben hat? Oder gab es noch andere? Ich bemerke, ich war dabei, einige Meter von ihm entfernt, es hat es stark gemacht, obwohl der Rottenführer beistand, sein Name weiß ich nicht, mit etwas rötlichem Haar, Brillen, und Klaus war auch bei. Das Schießen selbst hat stark durchgeführt. Und auch das Quälen. Herr Zeuge, haben Sie bei Ihrer Tätigkeit dort beobachtet, dass irgendwelche SS-Führer, Kommandant, Adjutant, Ärzte im Krematorium oder in der Nähe des Krematoriums Dienst gemacht haben? in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, sofern es um das Jahr 1942 geht, ist es wahr, dass da eine Reihe von Offizieren bei Aumeier, Grabner und weitere Ich weiß nur, dass diese beiden keine Ärzte waren. Und ich weiß nur, die Art, wie im Jahr 1942 in Auschwitz die Leute in das Gas gejagt worden sind, war verschieden von der Art, wie es durchgeführt worden ist. In den großen Fabriken, in den Todesfabriken in Birkenau. Sofern es sich um Birkenau handelt, also für den Verlauf des Jahres 1943 bis zum Herbst, wo man damit aufhörte, da war immer, und das kann ich mir besonders gut merken, ein Arzt. Warum? Das war ein Arzt, auf dessen Befehl Das Öffnen der Gaskammer erfolgte. Wobei die Situation so aussah, dass beim Öffnen der Tür die dort hineingepressten Leute buchstäblich herausgefallen sind. Er hat das auf die Art und Weise gemacht, dass er durch das Kuckloch sah, Vorher hat er das Licht aufgedreht und gab den Befehl, dem Kommandoführer des betreffenden Krematoriums, das Öffnen der Gaskammer, Und damit, dass die Verbrennung Und erst jetzt haben die dazu genötigten Häftlinge die Arbeit aufgenommen. Waren die Ärzte oder der diensttuende Arzt während des Vergasungsvorgangs beim Krematorium? Das ist eine Frage. Waren die Ärzte war die Gaskammer oder haben sie die Gaskammer bei sich? Sie haben sie bei sich gehabt. Es ist mich einige Mal passiert, dass nach Öffnen der Gaskammer Der Arzt die Gasmaske aufsetzte, das war aber nicht immer, Blickte hinein in die Kammer, wieder zurück, hat die Gasmaske abgenommen und ist weggegangen. Haben Sie beobachtet, wie das Zahngold von den herausgerissenen Zähnen eingeschmolzen wurde? War der SS-Zahnarzt dabei? Es wird geschildert. Was ich gesehen habe, wurden die Zähne stets von den Häftlingen gezogen. Was ich gesehen habe, vor einigen Tagen oder einigen Wochen war, ich kann es mir nicht mehr so genau merken, kam ich eines Abends in den Block 13. Ich sah dort zwei Häftlinge, und zwar neue Häftlinge. Es pflegte so zu sein, wenn ich bei einem Häftling das S sah, das heißt, dass es in Slowake war, dass ich mich dann natürlich zu ihm gemeldet habe. Ich habe mich zu ihm gemeldet. Und er nannte sich Franz Feldmann. Er hatte die Nummer 38, um 38.000, ich kann mich das nicht mehr genau erzählen. Er stammte aus Trenschen Teplitz in der Slowakei. Das war ein Zahntechniker. Und gemeinsam mit ihm kam noch ein weiterer Häftling mit Namen Katz. Und dieser Katz war eine Franzose polnische Abkunft. Nach dem Gespräch mit Feldmann sagte mir, er wisse, wo er sich befinde, weil er Nachmittag kam, er teilte mir mit, sie seien nur auf eine bestimmte Zeit hierher kommandiert. Das hat ihnen so der Chef gesagt. Und dass sie nach einer bestimmten Zeit wieder zurückkehren. Und die beiden haben das auch geglaubt. Am nächsten Tag sind alle beide ausgerückt. sind beide mit dem Kommando in das Krematorium 1 und 2 ausgerückt. Die sind gemeinsam gegangen. Und das Krematorium 3 und 4 ebenso gemeinsam. Ich war zu dieser Zeit noch im Krematorium 1. Sie sind dann in das Krematorium 2 gegangen und zwar über den Weg. In einigen Stunden bin ich ihnen nachgegangen. Und sie waren dann mit dem Katz zusammen in einem vollkommen leeren Raum. Nach einiger Zeit wurde ein Schrank hingebracht. Dann wurde eine Doppelbettstadt übereinanderliegend gebracht. Und sie haben einige Tage absolut gar nichts getan. Eines Tages, als ich mich bei ihnen befand, kam ein Auto vom Roten Kreuz. Ist dieses Auto mit dem Roten Kreuz in den Teil des Krematoriums Nummer 2 gefahren? Könnt ihr euch zeigen? Ist ein SS-Offizier ausgestiegen? Und ein Fahrer? Er sah sich das an und sagte wörtlich Ist hier der Chef? Ach, der Chef ist hier. Aufgrund dessen bin ich dann weggegangen. Aber währenddessen bin ich dann mit dem Katz zu dem Offizier. Und dann kam er zu mir zurück. Und sagte mir, dass ich ihm nicht helfen konnte, aus dem Auto ein paar Sachen auszuladen. Und bat mich, ob ich ihm nicht helfen könnte, aus dem Auto ein paar Sachen auszuladen. Also ich habe geholfen und habe gesehen, was da ausgeladen worden ist. Es waren einige Stücke von Schamottringen. Einige Stücke von Schamottringen, also Behälter mit Alkohol und Benzin. Irgendein weißes Pulver, das ich nicht kenne. In einem dieser Flaschenbehälter war auch eine Säure. In einem Koffer mit Pinzetten und verschiedenen Geräten. Als ich das in den Raum hineintrug, sagte er mir, ich könnte den Raum verlassen. Wissen Sie, wer der Chef war? Wissen Sie, wer der Chef war? Wissen Sie, wer der Chef war? Ich habe ihn gesehen. Sie wissen nicht seinen Namen. Seinen Namen weiß ich nicht. Gut, ich werde Sie später dann noch fragen zu diesem Punkt. Herr Zeuge, wissen Sie etwas Näheres darüber? Wir haben das manchmal hier gehört, auf welche besondere Art Kleinkinder am Krematorium den Tod gefunden haben. Herr Rosenminister, Otazze. Nach dem Vergasen gab es eine Reihe derartiger Vorfälle. Als die Mitglieder dieses Sonderkommandos, die die toten Körper herausgezogen hatten, dass den Kindern noch das Herz geschlagen hat. Sie waren aber ohne Bewusstsein. Diese Vorfälle wurden gemeldet und es kam dann dazu, dass diese Kinder erschossen worden sind. Gab es auch eine andere Art, die Kinder zu töten? Ja, wenn ich das hier schildern sollte. Das war im Jahr 1944. Das ist zu solchen Szenen gekommen, wo der Chef der Verbrennung der Hauptschaufführer Moll war. Ein Mensch, der wortwörtlich, wenn Kinder kamen, nahm das Kind von der Mutter weg, hat es weggetragen, nach rückwärts. Was ich konkret gesehen habe in Krematorium Nummer 4, wo es im Jahr 1944 zwei große Gruben gegeben hat. Und bei dieser Gelegenheit hat er diese Kinder wortwörtlich hereingeworfen in das kochende Fett von diesen Leuten. Wobei, als er das beendet hatte, dann ging er zu seinem Diener. Ich erinnere mich konkret, dass er ein Franzose war, ein Meister des Federgewichts. Und hat ihm wortwörtlich gesagt, es ist möglich, sich satt zu essen, meine Pflicht habe ich erfüllt. Herr Zeuge, ist es vorgekommen, dass häftlinge von Ihrem Kommando die Ankommenden angesprochen haben oder gewarnt haben oder ihnen gesagt haben, was sein wird? Es kam zu einigen solchen Vorfällen. Allerdings die Folge davon war, dass man sie lebend verbrannt hat. Und was ist mit, dass diese Häftlinge, die die anderen gewarnt haben, lebend verbrannt haben? Ich habe auch schon gesagt, die sind erschossen worden oder verbrannt worden. Die Häftlinge, die die anderen gewarnt haben, vor dem was kamen, die wurden lebend verbrannt. Lebend verbrannt. Herr Vorsitzender, ich möchte den Zeugen fragen, ob er einige der Angeklagten wiedererkennt. Ich möchte den Vorschlag machen, damit nicht von der Verteidigung gesagt wird, sie würden die Schilder erkennen und sie hätten Bilder gesehen und sie könnten die Sitzfolge. Ich möchte, dass in diesem Fall doch die Angeklagten heraustreten, sich so stellen, wie sie wollen und dass dann der Zeuge... Was werden wir tun, wenn die Fragen beendet sind? Ich widerspreche aber diesem Antrag. Warum? Weil ich nicht weiß, wozu er dienen soll. Der Nebenkläger kann sagen, kann behaupten, der angeklagt hat, dass er das getan hat, was er dazu sagen kann. Wir treten hier keine Ermittlungen. Nein, aber trotzdem, warum soll der Zeuge nicht sich die Angeklagten ansehen, Herr Rechtsanwalt? Das ist sogar nach dem Gesetz so üblich, nicht? Hier Belastungen von bestimmten Angeklagten vorgetragen worden sind. Ja. Aber ich kann meines Erachtens nicht den Antrag stellen, dass der Zeuge aufstehen soll und hier die einzelnen Angeklagten daraufhin prüfen, ob er den einen oder anderen kennt. Nein, da werden wir nachher darüber entscheiden. Herr Vorsitzender, ich spreche ebenfalls, weil ich der Auffassung bin, dass jeder Zeuge, der hierher kommt, die Angeklagten bereits kennt. Ja. Gut, dann brauchen Sie ja nicht herauszutreten, Herr Vorsitzender, bitte ich darum, dass die Angeklagten aufstehen, verdunkelt wie üblich und dass er dann erklären soll, da er ja keinen Namen kennt, wen von den Angeklagten er wiedererkennt und was er von den Einzelnen weiß oder in Erinnerung. Nun, wir werden darauf zurückkommen nachher, wenn die Fragen beendet sind. Danke sehr. Herr Staatsmann. Herr Zeuge, Sie haben bei dem Krematorium 1 und bei dem Krematorium 4 gearbeitet, wie Sie uns sagten. Bestand zwischen diesen beiden Krematoriumen hinsichtlich der architektonischen Gestaltung ein Unterschied? Das Krematorium 1 und Krematorium 4 waren vom architektonischen Standpunkt vollkommen gleich. Krematorium 3 und Krematorium 4 waren ebenfalls gleich. Was ich jetzt sage, gilt vom Krematorium 2. 1 und 2. Jedes hatte 15 Verbrennungsöfen. Diese Öfen waren im Erdgeschoss. Jedes dieser Krematorium hatte einen Kamin, also einen Rauchfang. Beim Eingang zum Krematorium 1, an der rechten Seite, ging man über Treppen in den Entkleideraum oder Auskleideraum. Dieser Auskleideraum war unter der Erde. Um die Wände dieses, also an der Wand dieses Auskleideraumes waren Hänger, Wäschehafen, darunter hölzerne Bänke und in verschiedenen Sprachen ab 1944 sogar auch Ungarisch. Verschiedene Losungen, Losungsworte wie Miese, Wasch dich zum Bad, es waren Pfeile angebracht. Und an der zweiten Seite befanden sich die Tür. Von dieser Tür kam man aus in die Gaskammer und das nach links. Auf der rechten gegenüber war ein Aufzug, mit dem dann die toten Körper in den Verbrennungsraum gebracht worden sind. Ich glaube, ich hätte das so wissen lassen. Aber Herr Schatzmann, das haben wir doch alle schon gehört. Doch, du sprichst es sicherlich. Wir haben es noch nicht gehört von einem Zeugen, der das selbst gesehen hat. Ja, wie will es Pusso? Es erscheint mir, Herr Vorsitzender, die Frage, ich stelle die Frage deshalb, erstens, weil ich es für nicht unwichtig halte, festzustellen, wie es tatsächlich gewesen ist und wie es dort ausgesehen hat. Und zweitens könnte ich mir vorstellen, dass bei der Behandlung, bei der Frage dessen, was die Ärzte, also hier die Zahnärzte und die Apotheker gemacht haben, die Staatsanwaltschaft behauptet ja, dass sie nicht nur auf der Rampe waren, sondern dass sie später auch noch zur Gaskammer gegangen sind, zu wissen, wie das ausgesehen hat und was sie dort, wenn sie dort etwas getan haben. Und also, wenn Sie es für unbedingt erforderlich halten, dann stellen Sie die Frage. Ich will dem Zeugen in diesem Zusammenhang nur noch die eine Frage stellen. Ich will ihm die Fotografie der Rekonstruktion des Krematoriums 1 oder 2 vorhalten und will den Zeugen fragen, ob es seiner Erinnerung das entspricht. Bitte schön. Ja, gehen Sie vielleicht mal an dieser Seite mit dem Pilz so herum. So, ja. Das ist das Krematorium Nummer 2. In dieser Position, so wie es hier ist. Links die Auskleiderräume. Moment, Moment. Ja, die Auskleiderräume. Dann der Bunker. Oben die Verbrennungsraum. In diesem Teil, in denen die Häftlinge gewohnt hatten. Danke sehr. Ist es richtig, dass in dem Krematorium 4 die Vergasungs- und Entkleidungsraum über der Erde waren? Es ist richtig, dass in dem Krematorium 4 die Gaskammern auf einer Ebene mit den Verbrennungsräumen und auch mit dem Auskleiderraum. Im Krematorium 4 und 3 hatte jedes zwei Rauchfänge. Acht Öfen. Das waren also nicht eine Verbrennungskammern, sondern das waren drei Kammern miteinander kombiniert. Erst hat man in die eine Kammer hereingetrieben, dann zugeschlossen, dann in die zweite Kammer, zugeschlossen und dann in die dritte Kammer. Hat sich das Zyklon B nach dem Einwurf unregelmäßig in der Gaskammer verteilt oder ist das durch irgendwelche Schächte hindurchgefallen? Wenn es sich um das Krematorium 1 und 2 handelt, waren in dem Gasraum hohe Säulen, die den Fußboden mit der Decke verbanden und waren mit einem durchbrochenen Blech umgeben. Innen war eine Spirale, wenn das Gas oben eingeworfen wurde, sollte die Spirale dazu dienen, die richtige Verteilung des Gases zu bewirken. Sofern es sich um die Krematorium 3 und 4 handelt, war all das nicht da drin. Dort wurde das Gas von einem kleinen Fenster in der Mauer eingeworfen, von der Seite eingeworfen, dieses Fenster wurde von außen geschlossen, auch bis dahin, und die Plinnoer komoräse in ihrer Stralde war, dass hier an der Stralde die Plinnoer komoräne nicht so genannt wurden, die imitierte Spirale. Das war der Unterschied. Wann sind nach Ihrer Erinnerung die Vergasungen, also nicht die Verbrennungen, sondern die Vergasungen eingestellt worden? Nach meiner Erinnerung Oktober oder November 1944. Sind in den Krematorien irgendwelche Experimente medizinischer Art durchgeführt worden? Ja, ich wollte es sagen. Es wurden Experimente durchgeführt. 1944 bei den ungarischen Transporten nachahseli sich in einem Raum zwei ungarische Ärzte und Pathologen. Der eine, wenn ich mich richtig erinnere, hieß Dr. Nisli, ein kräftiger Mann. Und die Experimente durchgeführt haben und zu ihnen kam auch sehr oft Dr. Mengele. Diese beiden Häftlinge wurden dann in das Krematorium 4 gebracht. Das war der Raum, der den Verbrennungsraum mit dem Auskleiderraum verband. Dort in diesem Raum hat mit diesen beiden ungarischen Ärzten noch ein anderer Mann gearbeitet, der kein Arzt war. Und der stammt aus Theresienstadt. Ich habe selbst persönlich gesehen, dass Dr. Nisli dass sie einen Menschen, der buchlig war, in ein Fass reingegeben hat, haben verschiedene Salz und Säuren hineingetan, um sein Skelett zu gewinnen. Insofern sind sie aber auch mit dem Krematorium in der Krematorium mit dem Motorrad-Motoren-Motoren-Motoren-Motoren-Motoren-Motoren. Bei dem Motto mit dem Beiwagen. Und dass sie von den Leuten, die dort erschossen worden sind, Fleisch genommen hatten. Und zwar hatten sie es vom Schenkel genommen und haben es in große Eimer hereingetan. Und haben es weggefahren. Was damit geschehen ist, weiß ich nicht. Herr Zeuge, ich will Sie nun nur noch Folgendes fragen. Mir ist einmal erzählt worden, dass das Verbrennen in den offenen Gruben so vor sich gegangen sei, dass dort an ein Kommando beschäftigt war, was das heruntertropfende Fett von den brennenden Leichen auf die neuen Leichen hat heraufschöpfen müssen. Ist das richtig? Haben Sie das selbst gesehen? Das ist vollkommen richtig. Das wurde auf diese Art gemacht. Ich war in der Verbrennungsgruppe bei Bresinka. Und auch im Krematorium vier. In der zweiten Teil des Hofes waren zwei dieser Gruben. In der Bresinka waren drei Gruben. Die Gruben wurden dann später eingeebnet. Jetzt müssen Sie sich zugeschickt. Das sind die Gruben, die ich nicht so richtig verletzen kann. Aber ich glaube, wenn Sie das so über 35, 30, snad 40 Meter lang sind, diese Gruben waren 40 Meter lang. Ungefähr. 6 bis 7 oder 8 Meter breit. Die Tiefe etwa 2,5 Meter. In dem unteren Teil der Gruben war so ein kleiner Grat. Zu einem Grat. Ja. So dass zu den beiden Grubenenten und an den Enden waren außerdem noch Vertiefungen oder Löcher angebracht. Da in diese Löcher ist eben, diese Gruben ist eben das Menschenfett hereingeflassen. Und mit diesem Menschenfett mussten dann die Häftlinge die Leichen übergießen. Damit sie besser branden. Damit sie besser werden. Herr Ismaltraben. Herr Zeuge. Wurden die Häftlinge, die im Lager selektiert wurden und anschließend vergast wurden, wurden die zusammen vergast mit den Neuangekommenen, die gleich auf der Rampe selektiert wurden in der Regel? Darf ich um Wiederholung der Frage? Es gab zwei Gruppen von Häftlingen, die vergast wurden in Auschwitz. Einmal Häftlinge, die schon länger im Lager waren und dort selektiert wurden. Und zum zweiten Häftlingen, die direkt von der Rampe ins Gas gingen. Wurden diese beiden Häftlingsgruppen in der Regel zusammen vergast? Ich weiß nicht, wie die einzelnen Häftlinge waren. Ich weiß nicht, wie die einzelnen Häftlinge waren. Selektionen, ob nun im Lager und wie sie auf der Rampe durchgeführt wurden. Ich war da nie gewesen. Also ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Ich habe sie nur gesehen, wie sie dort sind. Herr Zeuge, das ist ein Missverständnis. Es wurden doch die Muselmänner aus dem Lager nach der Selektion vergast. Haben Sie gesehen, dass Muselmänner zusammen mit Neuangekommenen auf der Rampe selektierten vergast wurden? Nein. Nein. Das habe ich nie gesehen. Ich habe nie gesehen, dass Neuangekommenen mit bereits vorhandenen Häftlingen gemeinsam vergast wurden. Und es ist auf einen einzigen Fall im Jahr 1942, als ich das erste Mal ins Krematorium nach Auschwitz kam, wo mit einem Transport slowakischer Juden auch sowjetische Gefangene vergast wurden, die dort gewesen sind und schon vergast worden sind. Herr Zeuge, wie viele Häftlinge sind Ihrer Erinnerung nach bei dem Krematoriumsaufstand umgekommen? Ja. Das habe ich mir nicht mehr gemerkt. Vielleicht 300, vielleicht 350. Es waren einige hundert, weiß ich nicht mehr. Wie viele Häftlinge wurden in der Selektion im Jahre 1944, die unmittelbar vor dem Aufstand stattfand, selektiert aus dem Sonderkommando? Einige hundert, weiß ich auch nicht genau. Einige hundert? Einige hundert. Danke. Dann eine letzte Frage. Herr Zeuge, der Mann, der Ihnen als Chef von Feldmann und Katz bekannt war, hat dieser Mann sich auch als Überwacher des Vergasungsvorgangs betätigt? Ja. Ich verstehe diese Frage. Nein. Herr Zeuge, der Chef von Katz und der zweiten Techniker von Feldmann war in der Vergasung des Vergasungsvorgangs. Später habe ich den Krematorium Nummer drei gesehen, auch Nummer vier. Hat er sich so betätigt, wie Sie uns vorhin die Tätigkeit der Ärzte geschildert haben bei der Vergasung? Ich habe diesen Menschen da einige Mal gesehen, aber ich kann aber konkret nichts sagen, dass Sie direkt beim Aufsitzenden der Gasmaske gesehen haben, aber im Krematorium drei und vier habe ich ihn gesehen. Also, als ich mit Katz und Feldmann sprach, wurde mir von den beiden gesagt, dass er, der Chef, sich zu ihnen sehr anständig benommen hat. Dass er ihm ein weißes Brot brachte und Margarine und so weiter brachte. Wenn ich Ihnen sage, dass nach unseren bisherigen Ermittlungen der Chef von Katz und Feldmann, wahrscheinlich der hier befindliche Angeklagte Dr. Frank war und dass dieser Angeklagte sich dahingehend einlässt, dass er immer nur zur Überwachung des Einschmelzungsvorgangs zu den Krematorien musste. Und nachdem Sie uns jetzt gesagt haben, er befand sich auch in den Krematorien drei und vier, war dort ein Anlass, den konnte er in drei und vier den Einschmelzungsvorgang überwachen, wenn Sie uns vorher sagten, dass sich die Schmelzanlage in Krematorium zwei befand. Warum? Weil es keine Frage nach einer Tatsache ist, sondern ein Urteil wird vom Zeugen abverleihen. Darf ich es der Zeug? Nun ja, die Frage müsste dann so lauten, ob im Krematorium drei oder vier sich auch eine Schmelzanlage befunden hat. Nein. Keine? Nein. Dankeschön. Herr Dr. Kaul. Haben Sie ja Zeuge in Birkenau, in den Krematorien, einmal gesehen oder mehrfach, wie Gas eingeworfen wurde? Haben Sie diesen Vorgang beobachten können von außen? Wie gesehen Sie in Krematorien haben Sie da nach Hasowal den Blin? No, tak jsem to видел nekolikrát. Ich habe es einige Mal gesehen, aus der Entfernung. Können Sie uns näheres darüber sagen, wer eingeworfen hat? Musst Sie sagen, wer da nach Hasowal blin? Das sind Leute, die nur für einen Augenblick hinkamen, die habe ich mir nicht gemerkt. Das kann ich auch nicht sagen. Wenn Sie einige Mal nacheinander mit dem Roten Kreuz Auto kamen, dann habe ich mir sie... Aber habe ich das trotzdem nicht gemerkt. Aha. Haben Sie irgendetwas, sind Sie in irgendeiner Form mit den Adjutanten zusammengekommen? Das ist die Verteidigung, bitte schön. Herr Zeuge, Sie waren im Krematorium tätig. Ist Ihnen bekannt, dass im Krematorium 3 und 4 auch die Goldzähne in Kisten gesammelt wurden? Ja. 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 Sie wurden die Kisten aus den verschiedenen Krematorien zu dem Krematorium gebracht, in dem der Schmelzvorgang vorgenommen wurde, nämlich im Krematorium 2. Ja. Sie wurden die Bedienung von dem Krematorium gebracht, in dem der Krematorium, in dem der Krematorium, in dem der Krematorium, in der Schmelzanlage, in dem der Krematorium, in dem der Krematorium, in dem der Schmelzanlage war. Herr Zeuge, Sie sind am 2.12.1963 in Prag vor dem Distriktgericht vernommen worden. Auf welche Veranlassung? Sie sind am 2.12.1963 in Prag vor dem Distriktgericht in Prag vor dem Krematorium 2.1963. mich zu melden und dort auszusagen. Ja. Sind Ihnen bei dieser Ihrer Vernehmung Bilder vorgelegt worden? Sie wurden in Prag vor dem Distriktur gelegt worden. Nein. Ich habe das gemacht. Ich bin in Prag vor dem Distriktur gelegt worden. Ich bin normal zum Gericht gegangen, zum Vorsitzenden und habe mich einem Richter übergeben und habe die Aussagen gemacht. Ich bin weggegangen. Ja. Haben Sie vor Ihrer Aussage gewusst, wer in diesem Verfahren hier angeklagt ist? Wie wissen Sie, wer hier angeklagt ist? Ich habe mich bereits im Dezember 1963 gemeldet. Und im Verlauf der Zeitungen sind schon kurze Nachrichten erschienen über den Prozess. Also sind Nachrichten über den Prozessverlauf erschienen? Mitbildern? Es ist ein Obrazin mitbilder? Ja, ich bin nicht im Zusammenhang mit dem Prozess. Ich bin selbst nicht im Zusammenhang mit dem Prozess. Ich befasse mich mit dem Problem ausschließlich könnte ich ja verrückt werden. Ich habe in meiner Bücherei eine bestimmte Zeit von Literatur, in der eine Menge authentische Bilder sind, die das Konzentrationslager zeigen. Ja, mich interessieren nicht die Bilder, die das Konzentrationslager selbst betreffen, sondern Bilder, die Ihnen vor Ihrer Aussage bekannt waren über einzelne in diesem Verfahren angeklagte Personen. Auch nicht in den Zeitungen. Sind Sie Bezieher der Rundschreiben, die vom Auschwitz-Komitee herausgegeben werden? Ich bekomme sie nur ab und zu. Waren in diesem Rundschreiben Daten über einzelne Angeklagte veröffentlicht und über ihre Tätigkeit in Auschwitz? Die Frage kann höchstens so formuliert sein, ob der Zeuge in diesem Rundschreiben irgendetwas gelesen hat, was solche Daten betrifft. Ob diese Daten veröffentlicht worden sind, darüber kann der Zeuge ja kein Urteil abgeben. Das kann der Herausgeber machen. Ich darf dazu folgendes sagen, ich verstehe den Widerspruch nicht. Ich habe gefragt, ob er die Rundschreiben erhalten hat. Ich habe dann gefragt, ob in den Rundschreiben so etwas enthalten ist. Natürlich schließt sich die zweite Frage an, ob er das gelesen hat. Ist doch klar. Ja, Herr Rechtsanwalt. Erstens, da der Zeuge sagt, ich habe sie nur ab und zu bekommen, ist es durchaus möglich, dass er auch welche nicht bekommen hat und in diesen Rundschreiben Daten veröffentlicht waren, die er nicht kennt. Er kann also nur sagen, ob er solche Daten festgestellt hat. Bitte schön, fragen Sie. Sie haben die Frage bereits gestellt. Also hat er in diesem Rundschreiben irgendwelche Daten oder Namen dieser Angeklagten festgestellt? Ist denn in diesen Rundschreiben eine kurze Schilderung des Prozessverfahrens? Ist denn in diesen Rundschreiben nur eine kurze Schilderung des Prozessverfahrens gegeben? Also keine Details? Was ich auch in der Presse bei uns lesen kann. Aber es wird eine Schilderung gegeben über diesen Prozess und über die Angeklagten. Ich denke, Sie befassen sich gerade damit, weil Sie so viel Literatur haben. Haben Sie doch vorhin gesagt. Ja, aber ich habe in diesem Rundschreiben. Ich habe mich in diesem Rundschreiben. Ich habe die Literatur gelesen ohne Rücksicht darauf, ob es den Prozess gibt oder nicht. Auch schon Jahre vorher. Sind Ihnen nach Ihrer Aussage vor Ihrer Vernehmung hier in Frankfurt von dritter Seite Bilder der Angeklagten vorgelegt worden? Nein. Haben Sie vor Ihrer Vernehmung hier in Frankfurt in Frankfurt oder bereits in Prag über Ihre Aussage mit Dritten gesprochen? Ich widerspreche der Frage in dieser Form, weil der Zeuge möglicherweise die Tragweite seiner Antwort, wenn die Frage so gestellt wird, nicht übersehen kann und etwas sagt, was ihm nachher angelastet werden kann, dass es nicht richtig ist. Ob er über die Aussage gesprochen hat, ist ein derart weitgehender Begriff. Darunter kann also fallen, dass er irgendjemand gesagt hat, ich werde in Frankfurt aussagen. Darunter kann fallen, dass er zu irgendjemandem gesagt hat, ich werde über den Angeklagten stark etwas aussagen und dergleichen. Ich bitte, dass der Verteidiger veranlasst wird, einen konkreten Vorhalt dem Zeugen zu machen, wenn er dazu überhaupt einen Anlass hat. Haben Sie hier in Frankfurt mit einzelnen Personen über Ihre Aussage, die Sie hier über einzelne Angeklagte zu machen haben, gesprochen? Ich widerspreche auch dieser Frage. Sie ist nicht konkret genug gestellt. Der Verteidiger soll eine konkrete Frage stellen. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht daran interessiert zu sein scheint, ob Aussagen von Zeugen hier unbeeinflusst zustande gekommen sind oder ob irgendwelche Einflüsse von dritter Seite vorgenommen worden sind. Ich muss diesem Vorwurf mit allem Nachdruck widersprechen, Herr Vorsitzender. Ich bin daran interessiert, dass der Zeuge, der nicht gerichtskundig ist, der kein Berufszeuge ist, hier nicht durch irgendeine Frage auf eine Art Glatteis geführt wird und etwas sagt. Und nachher heißt es, der Zeuge schwört da in Meinheit oder dergleichen. Meine Aufgabe ist es, den Zeugen davor zu schützen, vor einer Frage, die nach meiner Auffassung nicht richtig gestellt ist, irgendetwas zu antworten. Die Frage ist, ich möchte es mild ausdrücken, nicht ganz fair. Ich will den Zeugen nicht auf Glatteis führen, sondern ich möchte von dem Zeugen wissen, ob er vor seiner Aussage, die er heute und vor einigen Tagen hier gemacht hat, hier in Frankfurt mit Personen über diese, seine konkrete Aussage gesprochen hat. Die kann er mit Ja oder Nein beantworten. Herr Direktor, ich spreche diese Frage. Der Herr Verteidiger soll den Zeugen etwas Bestimmtes fragen oder ihm einen konkreten Vorhalt machen. Diese Frage ist in der Form zu allgemein gehalten. Ich schließe mich dem Widerspruch an. Und ich schließe mich dem Widerspruch an. Wenn die Frage darauf abstellt, ob der Zeuge vor seiner Vernehmung hier vor dem Schwurgericht bereits in irgendeiner Weise beeinflusst wurde, muss der Verteidiger diese Frage in dieser konkreten Form stellen. Nämlich, ob eine Beeinflussung vorgelegen kann. Ich kann nicht den Zeugen fragen, ob er beeinflusst worden ist. Denn das wäre ein Werturteil, das der Zeuge abzugeben hätte. Das obliegt nicht ihm und nicht mir, sondern dann der Entscheidung des Gerichts. Ich kann nur versuchen, die Tatsachen festzustellen, aus denen sich möglicherweise diese Schlussfolgerung rechtfertigt. Dann darf ich vielleicht einen Vorschlag zur Güte machen. Ich möchte den Zeugen fragen, ob ihm irgendjemand seit seiner Abfahrt in Prag oder noch in Prag oder hier in Frankfurt gesagt hat, er soll etwas Bestimmtes aussagen, was ihm der Zeuge gesagt hat. Gut. Ich kann zunächst mal beantworten. Gut. Er hat Ihnen in Prag vor Ihrer Abfahrt oder hier in Frankfurt irgendeine dritte Person gesagt, sie sollten eine bestimmte Aussage in irgendeiner Beziehung machen? Nein. 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 Mit wem haben Sie gesprochen? Herr Russ. Ja, was denn? Moment. Er hat doch eben gesagt, es hat niemand ihm einen solchen Vorhalt vor. Ja, das ist ja was, das ist doch was ganz anderes, was ich jetzt frage. Mit wem er gesprochen hat, er kann mit dem Portier im Hotel gesprochen haben, mit dem Zug schaffen hat, mit dem Taxichauffeur. Die Frage ist derartig unkonkret. Über die Aussage, Herr Vorsitzender, natürlich. Die Frage von Herrn Staatsanwalt Kügler war sehr konkret gestellt, ob er in eine bestimmte Richtung beeinflusst worden ist. Die hat er negativ beantwortet. Das ist selbstverständlich. Jetzt geht die Frage dahin, ob er... Das ist doch dieselbe Frage wie vorhin, der der Staatsanwalt Kügler widersprochen hat, nicht? Nämlich die Frage, ob er mit jemandem über diesen Prozess gesprochen hat. Da hat der Staatsanwalt Kügler gesagt, er widerspricht dieser Frage, weil die Frage nicht konkret genug ist, denn es wäre möglich, dass er mit jemandem gesprochen hat, dass er hier aussagen muss, dass er am so und so fehlten aussagen muss und so weiter und so weiter. Nicht über den Prozess, sondern über seine Aussage, Herr Vorsitzender, hatte ich gesagt. Nicht über den Prozess. Dass der Zeuge über den Prozess gesprochen hat, das ist doch selbstverständlich. Haben Sie, Herr Zeuge, haben Sie hier in Frankfurt mit Vertretern der Nebenklage gesprochen? Weil Sie also mit der Sache hier nichts zu tun hat. Ist das nicht konkret? Das ist nicht konkret. Dann fragen Sie ihn doch ganz konkret, ob er von einem Vertreter der Nebenklage, ob ihm gesagt worden ist, es soll eine bestimmte Aussage... Moment, darum geht es ja gar nicht. Doch. Darum geht es gar nicht. Zunächst geht es um die Frage, ob er mit einem Vertreter der Nebenklage gesprochen hat. Das steht ihm frei, das kann er jederzeit tun, darüber braucht er hier keine Auskunft zu geben, weil das nichts mit seiner Aussage zu tun hat. Herr Vorsitzender, fragen Sie ihn, ob er ein Wort mit Rechtsanwalt Grabe oder mir gesprochen hat, ob er uns überhaupt kennt. Es gibt ja außer Ihnen noch mehrere Nebenklage, Vertreter. Ich habe ihn zum ersten Mal eben gesehen, da ich am Montag überhaupt gar nicht... Dann kann er es ja beantworten. Ja, also haben Sie, um die Sache kurz zu machen, haben Sie gesprochen mit dem Herrn Rechtsanwalt Dr. Kaul, mit dem Rechtsanwalt Raab, mit dem Rechtsanwalt Aumund. Hier in Frankfurt. Nein. Hat er nicht. So, welche Fragen werden sonst noch von der Verteidigung gestellt? Haben die Angeklagten Erklärungen abzugeben oder Fragen zu stellen? Nein. Herr Vorsitzender, so wenn ich den Zeugen richtig verstanden habe, wollte er noch zu bestimmten anderen Angeklagten etwas sagen. Ja, er hat eine derartige Bemerkung gemacht. Jetzt wollen wir zunächst mal dem Angeklagten Gelegenheit geben, äh dem Zeugen Gelegenheit geben, die Angeklagten sich anzusehen. Ich bitte die Angeklagten mal hier vorzutreten. Das reicht auf Dilewski oder Klaus, wie Sie sagen. Von ihm haben Sie uns auch erzählt. Sie haben dann von dem Chef dieser beiden Männer gesprochen, die dieses Zahngold herausbrachten. Und da hatte Sie nun einer der Herrn Vertreter daneben, klar, ich glaube es war der Rest mal Ormond oder Rabe, gefragt, ob dieser Chef auch im Krematorium 4 aufgetaucht wäre. Und die haben Sie beantwortet, die Frage, und 3 und 4, und es wurde dann noch weiter gefragt, ob Sie dort beobachtet hätten, dass er dasselbe gemacht hätte, wie auch die übrigen Ärzte. Diese Frage war nicht so ganz präzise. Ich habe ihn in einer Reihe von Vorfällen gesehen, sowohl im Krematorium 3 als auch im Krematorium 4. Und besonders habe ich mich daran erinnert, dass ich ihn mit Katz und Feldmann gesehen habe im Krematorium 4. Ja, und was hat er da getan? Was hat er getan? Denn den Vorgang kann ich natürlich nicht genau schildern. Manchmal haben sich die Ärzte die Maske aufgesetzt und manchmal haben sie nur durch das Kuckloch geguckt. Ich kann so konkret nicht sagen, dass ich ihn direkt dabei gesehen habe, dass sich die Gasmaske aufgezogen hat. Dass er aber im Krematorium 3 und 4 war, als die Leute hinkamen und dann wieder aus den Krematorien als Leichen zurück, das kann ich bestimmt sagen. War das in einem Zeitpunkt, wo Transporte vergast worden sind? Ja. Und habe ich es hier richtig verstanden, wenn Sie eben gesagt haben, Sie hätten gesehen, wie er die Gasmaske aufgesetzt hätte? Nein, das hat er nicht. Oder es haben nicht gesehen? Nein, das hat er nicht gesehen. Nein, das war also die Person des Angeklagten Frank, Dr. Frank. Dann haben Sie noch gezeigt, auf den, der in dem Block 11 tätig gewesen ist. Was wissen Sie von ihm? Oder wissen Sie überhaupt nichts von ihm? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. In der Zelle 13. Ja. Das mochte im Mai oder Juni gewesen sein. Mit dem Blockführer 42 war er. Da war er der Blockführer. In welchem? 42. Da war er der Blockführer. Und wissen Sie was? Nein, ein Moment. Nein, ein Moment. Nein, aber dann war er noch weiter. Es war noch weiter. Es gab Nachtschichten. Ich erinnere mich an einen ziemlich großen. Es ist man, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Ja. Wissen Sie, was er dort für eine Tätigkeit ausgeübt hat als Blockführer? Ja, das weiß ich. Und da hatte ich Gelegenheit unmittelbar zu sehen, auch diesen Blockführer in seiner Aktion. Die Bestand darin, dass, wie ich bereits schon vor sagte, die Befohlene Arbeit des Fischelkommandos bestand darin, dass wir die Kleider und die ganzen Habseligkeiten auf Wagen aufgeladen haben und weggefahren und sortiert haben. Aus diesem Grund wurden diese Arbeiten entweder zeitig morgens oder nach dem Appell am Abend durchgeführt. Und praktisch, wenn man früh ausfuhr, sind wir schon um 8 Uhr wieder im Bunker gesessen. Und den ganzen Tag war gar nichts. Und gerade bei dieser Gelegenheit hat uns der Blockführer aus der Zelle 13 herausgeführt, um eben dann im Block 11 ein bisschen an die Luft zu kommen. Es wurde auch aus diesem Grund gemacht, weil der Fischel ihm aus verschiedenen Transporten verschiedene Zigarren und verschiedene Sachen gebracht hat. Und er hat uns auf den Hof gelassen. Wir sind über die Treppen heruntergegangen, mussten uns rechts zur Wand setzen, und uns gegenüber war der Block 10, wo die Fenster verschlossen waren. Bei dieser Gelegenheit habe ich nicht einmal, sondern mehrmals gesehen, wie es von seiner Seite nicht nur bei ihm war. Es war ein anderer Blockführer, aber der hat es genauso gemacht. Es kam zu einem Quälen der Häftlinge, die aus verschiedenen Gründen im Bunker 11 waren. Konkret. Also konkret. Er hat uns da sitzen lassen und wir haben uns das angesehen. Es wurde auf die Art und Weise gemacht. Wie wurden die Häftlinge aus Block 11 dann gequält? Es wurde so gemacht. Auf Block 11 gab es quadratische Erdlöcher, die mit einem normalen Stein verschlossen waren. und diese Erdlöcher befanden sich unter dem Block 10, auf dem Hof des Blocks 10. In unmittelbaren, also gehäuft. Es wurde auf diesem Stein, der Stein wurde entfernt und in das Erdloch wurde eine starke Stange hereingesetzt. Dieser Häftling wurde aus dem Block 11 herausgeführt. Die Hände wurden ihm nach rückwärts zusammengebunden und oben aufgehängt. Dieser Blockführer, nicht nur er, die auch ihn vertreten hatten, hatten die Häftlinge so aufgehängt, so dass sie es auch noch zwei Kapos gemacht hatten, die den heraufgehoben hatten. Es kam zu solchen Augenblicken, dass dieser Mensch übergang zu schreien, bekam große Schmerzen. Er kam zu ihm, der soll die Wahrheit sagen, wie es war, dass es mit ihm gut sein wird. Die Häftlinge in diesem Block wurden auf diese Art und Weise gequält. Und in einigen Fällen habe ich gesehen, dass sie so gequält wurden, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sofern wir im Jahre 1942 auf dem Block 11 gezwungen wurden, um aufzuheben oder zu sammeln die toten Körper, die der stark erschossen hat. Und wenn es mehr waren, auch Klaus. Da möchte ich nur bemerken, dass dieser Blockführer konkret, die haben nicht geschossen. Wenn wir uns mal tagsüber im Bunker befunden haben, haben wir aus diesem Bunker gehört, dass auf Block 11 geschossen worden ist. Da waren wir aber nicht bei. Also dem Vernehmen nach wurde gehört, dass sie diese toten Körper gesammelt, also ausgesammelt, dass die Häftlinge aus dem Krankenbau diese toten Körper aufgesammelt haben. Wer geschossen hat und wie, weiß ich nicht. Ich habe nur die Füße gehört. Nun sagen Sie, bei diesem Aufhängen an dem Pfahl, wo die Häftlinge gefragt wurden, ob sie die Wahrheit sagen wollten, war da sonst niemand dabei, wie der Blockführer und die beiden Kapos? Sonst niemand? Es waren auch Fälle. Wo noch ein SS-Mann dabei war, den ich selbst nicht gekannt habe. Es waren aber Fälle, in denen überhaupt niemand da war. Und wo die Blockführer diese Fragen so gestellt haben. Haben Sie erlebt, dass bei dieser Gelegenheit oder bei einer anderen Gelegenheit von diesem Blockführer, den Sie uns vorhin bezeichnet haben, jemand getötet worden ist? Es war eine ganze Reihe derartige Fälle. Die genaue Zahl weiß ich nicht. Die Fälle sind tödlich geendet. Waren das solche, die aufgehängt worden sind? Waren das solche, die aufgehängt worden sind? Ja. Und in Ihrer Gegenwart sind die Leute gestorben? Wir haben das gesehen und haben gesehen, wie sie von den Pfählen heruntergenommen wurden. Und sie waren tot. Die sind nicht mehr aufgestanden. Wir haben auch noch einige Fälle gesehen, wo zwei Häftlinge kamen aus dem Block 11. Haben diese Häftlinge genommen und haben einen Waschraum gefahren. Die sind durch die Treppen auf in den Block gegangen. Und dort in dem Waschraum haben sie erst mal hingelegt. Was dann später damit geschehen ist, weiß ich nicht. Aber ob sie tot waren? Sie waren tot. Sie waren tot. Und daran hat sich auch dieser Blockführer, der den Namen Schlage trägt, beteiligt. Das haben Sie gesehen? Wieder. Das habe ich gesehen. Auf eigene Augen. Und Sie sagen, es war mehr als einmal. Mehr als einmal. Niekulikra. Also mehr als einmal. Ja, Sie haben eben einmal das Wort Klausen gebraucht. Ist das vielleicht die tschechische Ausdrucksweise für den Vornamen Klaus? Ja. 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 diese Funktion nach ihm der Klaus übernommen. Das heißt, dass er auch geschossen hat, wie sie gesagt haben. Dass er also direkt im Krematorium in Auschwitz geschossen hat. Und zwar in der ursprünglichen Gaskammer. In diesem Zusammenhang möchte ich, Herr Vorsitzender, noch Folgendes sagen. Sofern es geht um diesen Klaus, haben mir diese Häftlinge konkret gesagt, von einem der Kuse hieß, ein Häftling des Namens Kuse. Das war nicht sein Name, sondern das war so ein Deckname. Er hat mir persönlich erzählt, dass er in so einer blauen Kombination, die er anhatte, geschossen hat. Und wobei dieser Kuse ihm die Blutflecken reinigen musste. Er hat mir selbst erzählt, dass es einmal passiert ist, dass er ihm diese Blutflecken gereinigt hat und dabei einige übersehen hat. Und dass er ihn dafür dann geschlagen hat. Das habe ich also, Herr Vorsitzender, nur gehört. Und zwar habe ich das von den Leuten gehört, die denn aus dem Auschwitzer Krematorium nach Birkenau kamen. Nun ist mir Folgendes noch nicht ganz klar. Ich hatte in Erinnerung, dass Sie uns gesagt haben, das Krematorium Fischl, das Kommando Fischl, ist von Auschwitz nach Birkenau verlegt worden. Und der Stark ist ja nicht mit nach Birkenau verlegt worden. Wann sollte nun der Angeklagte Tylewski diese Rolle des Stark übernommen haben? Das Kommando Fischl, das in dem Krematorium gearbeitet hat, nach meinem Abgang aus diesem Kommando wurde mit den Heizern zu einem Haufen gemacht. Das hat sich nur dadurch unterscheiden, dass die Polnischen Häftlinge normalerweise im Block wohnten, während die anderen, die übrigen, in den Block 11 und die in den Block 13 gewohnt hatten. Das ganze Kommando kam dann nach Verlegung des Krematoriums aus Auschwitz in das Krematorium in Birkenau. Aus ihren Erzählungen wurde im Ende des Sommers oder Anfang des Herbsts 1942 ist stark weggekommen und das nach ihm diese Funktion Klaus übernommen hat. Und wo waren Sie in dieser Zeit? Ich war dann im Krankenbau und bin dann ja 1943 mit Ihnen in Birkenau zusammengekommen. Sind keine Fragen mehr? Bitteschön. Dieses Fischl-Kommando kam nach Birkenau. Wann kam das nun nach Ihrer Erinnerung nach Birkenau? Rosemir ist da, dass Sie? 1943. Wann? Ich war dann noch ein paar Tage, ich war dann noch ein paar Tage, ich war dann noch ein paar Monate. Schätzungsweise 14 Tage oder einen Monat nach meinem Weggang. Ich war dann noch ein paar Jahre alt. 14 Tage, nachdem Sie da waren? Nachdem Sie da waren. Und Sie sagten uns, Anfang 1943 kamen Sie in Birkenau zum Krematorium 1? Nein. Nein. Mit Sommerbeginn kam ich in das Krematorium 1. Sommerbeginn 1943 kamen Sie in Birkenau ins Krematorium und kurz danach kamen... So ein 14 Tage oder Monat kamen die... Die Fischl-Leute. Aber Fischl, wollte ich sagen, er konnte schon nicht, Fischl hatte bekommen Tifus und stirbte. Und starb. Starb, ja. Ich frage nämlich deshalb, Sie sagten vorhin, im Fischl-Kommando sei 1942 keine Selektion gewesen. Sie sagten aber dann weiter, wenn es genau übersetzt war, 1943 war dann eine weitere Selektion im Block 13. War da vorher schon eine gewesen? Und wann war das? Wissen Sie davon etwas? Wenn nämlich eine weitere Selektion im Block 13 war, muss ja vorher schon eine gewesen sein. Er wird es schildern. Also im Sommer des Jahres 1943 kam es nur zu einer Selektion. Ja. Pokud, de o rock, tis is, de konzem roku, tis is, devietse, czterizet war, Ende des Jahres 1942. Pokud, ja, tedi jenom, to mluvim jenom, sdoslechuto, ja, nemusus, na. Was ich gehört habe. Ja, danach frage Sie nämlich, ja. Pilo, Birkenau, Sonderkommando, Slowenski, Schild. War in Birkenau ein Sonderkommando slovakischer Juden. Dieses Sonderkommando hat sich auf die Flucht vorbereitet. Wurde verraten durch einen Häftling, der erschlagen wurde. Und entweder Ende 1942 oder Anfang 1943 war dieses Sonderkommando vergast worden. In Auschwitz. Und woher wissen Sie das? Das habe ich in Birkenau gehört. Damals schon oder haben Sie das später gehört nach dem Krieg? Nein, in Birkenau, im Tabor. Das habe ich in Birkenau im Lager gehört. Und wie viel war das ungefähr, wie groß war das Kommando? Wie groß war das, wie der Kommando? Ja, ne, wie. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Das muss nach dem Vernehmen nach, einige hundert Leute müssen es gewesen sein. Haben Ihre ehemaligen Kameraden vom Fischl-Kommando Ihnen davon auch erzählt? Wie braviel, lieber Kameraden, wäre das Fischl-Kommando? Ja, auch. Noch eine Frage. Können Sie uns sagen, während welcher Zeit Sie im Block 13 im Stammlager in Birkenau gewohnt haben und während welcher Zeit Sie im Krematorium 4 selbst gewohnt haben? Vielen Dank. 4 und 44. Als Chef der Verbrennung Moll wurde, wo wir nicht im Krematorium, wir sind im Krematorium 3 gewohnt. Alle. Sie haben in 3 gewohnt, nicht in 4. Alle. Alle in 3 gewohnt. Und in 4 hat da auch jemand gewohnt? Da waren doch an sich die gleichen Räume. Hat da etwa die SS gewohnt? Wer hat in den entsprechenden Räumen im Krematorium 4 gewohnt? Wer hat in den entsprechenden Räumen im Krematorium 4 gewohnt? In Krematorium 4, obwohl da Betten waren, haben wir erst nach dem Aufstand gewohnt. Da waren wir nur 30 Häftlinge. Aber vorhin haben wir alle im Krematorium 3 gewohnt. Und zwar direkt im Auskleidraum. Wir haben während der Zeit im Krematorium 3 gewohnt. Und während Sie im Krematorium 3 wohnen, hat im Krematorium 4 überhaupt niemand gewohnt? Nein. Und im Krematorium 1 haben Sie nie gewohnt? Gewohnt. Im Krematorium 2. Haben Sie auch gewohnt? Ja. Und am Dach? Ja. Herr Ressler, Dr. LaTersa. Herr Zeuge, während Ihres Frankfurter Aufenthalts, waren Sie auch im Frankfurter Büro des polnischen Auschwitz-Komitees? Dann sind Sie nicht richtig orientiert, Herr Staatsanwalt. Sie können nicht alles wissen. Ich weiß fast so viel wie Sie. Waren Sie in einem Büro des Auschwitz-Komitees? Ich war nicht im Büro des Auschwitz-Komitees. Ich kann mir vorstellen, es gibt kein polnisches Auschwitz-Komitee hier in Frankfurt. Aber es gibt ein Auschwitz-Komitee. Ja, aber kein polnisches. Eben. Herr Vorsitzender, ich habe noch eine Frage an den Angeklagten Stark. Herr Stark, Sie haben eben auf die Aufforderung des Herrn Vorsitzenden, Erklärungen abzugeben, oder auf die Frage, ob Erklärungen abgegeben werden wollen, haben Sie keine Erklärung abgegeben. Ich möchte Sie daher ganz direkt fragen. Ist das wahr, was der Zeuge über Sie gesagt hat, oder bestreiten Sie auch das? Ich gebe keine Erklärung ab. Dankeschön. Ich gebe keine Erklärung. Aber noch eine Frage, hätte ich einen kleinen Moment, Herr Straßenwald. Sie haben vorhin auch den Angeklagten Bednarek erkannt. Bednarek, woher kannten Sie ihn? In dem Block 13, in dem das Sonderkommando wohnte. Also in der Nähe war der Block des Strafkommandos SK. Und da war der Block 13, in dem er war der Block 13. Ja. Haben Sie von ihm etwas gehört? Hat er einen guten Ruf gehabt? Hat er einen schlechten Ruf gehabt? Kannten Sie ihn persönlich? Ich habe von ihm nichts gehört. Weil wir waren isoliert. Wir waren isoliert. Und meine einzige Sorge, die ich hatte, war, dass am Abend aus diesem Block zu meinen Kameraden zurückzukommen. Aber ich habe ihn gesehen, dass ich ihn gesehen habe. Und ursprünglich, Sie fragen Sie ihn doch bitte, er wird mich bestimmt erkennen. Ja, er hat sie wohl erkannt. Ich habe keine Fragen mehr. Herr Straßenwald, wollten Sie noch etwas fragen? Ich habe noch eine Frage an den Angeklagten Mulka. Der Herr, da wollen Sie die Frage vielleicht an mich stellen, ja? Die von Herrn Prof. Dr. Kaul vorgelegten Dokumente beweisen meiner Ansicht nach, dass der Angeklagte Mulka für den Häftlingseinsatz, wenn nicht verantwortlich war, so doch, dass er den Häftlingseinsatz dirigiert hat. Ich hätte die Frage an den Angeklagten, ob er für den Einsatz des Sonderkommandos in dem alten Krematorium verantwortlich war, ob er damit irgendetwas zu tun gehabt hat. Und wenn er das verneinen sollte, ob er weiß und er angeben will, wer dafür verantwortlich war. Angeklagte Mulka, Sie werden gefragt, ob Sie den Einsatz der Häftlinge in dem sogenannten Sonderkommando befohlen haben, ob Sie diesen Einsatz überwacht haben und wenn das nicht Ihre Sache gewesen sei, wer dafür in Frage kommt. Der Arbeitseinsatzführer. Der Arbeitseinsatzführer. Ja, nun, dieses Sonderkommando musste doch gebildet werden und musste doch überhaupt zunächst einmal ins Leben gerufen werden und es musste doch organisatorisch ein solches Sonderkommando überhaupt aufgestellt werden. Das haben Sie nicht gemacht. Davon ist mir nichts bekannt. Wussten Sie denn von der Tätigkeit dieses Sonderkommandos? Nein. Auch nicht. Und Sie sagen, der Arbeitseinsatzführer war dafür verantwortlich? Ich glaube, ja. Darf ich die Antwort stellen? Der Arbeitseinsatzführer war nicht einmal ein SS-Führer, wenn ich recht unterrichtet bin. Und selbst wenn er ein SS-Führer gewesen sein sollte, dann unterstand er doch nach meiner Auffassung der Kommandantur. Ich bitte das dem Angeklagten vorzuhalten. Also, Herr Staatsmann meint, selbst wenn der Arbeitseinsatzführer ein SS-Angehöriger gewesen wäre, dann hätte er doch Ihnen unterstanden, nämlich der Kommandantur. Ja, der Kommandantur wohl, aber doch nicht dem Adjutanten. Ja, aber wenn er da Kommandantur unterstanden hat, musste er doch vermutlich auch über seine Tätigkeit irgendwelche Meldungen erstatten. Und diese Meldungen, die müssen doch dann zur Kommandantur gekommen sein. Darüber war er nach meiner Erinnerung verantwortlich dem betreffenden Schutzhaftlagerführer. Dem Schutzhaftlagerführer? Ja. Sie wollten noch etwas dazu sagen? Ja, ich wollte noch etwas sagen zu der aufgeworfenen Frage dieses Dokumentes, was maßgeblich sein soll für meine Verantwortung für den Einsatz von Häftlingen. In diesem Dokument steht ausdrücklich drin, der Kommandant hat angeordnet, dass dann und dann gearbeitet werden soll. Und dann unten drunter auf Befehl Mulka. Ja, im Übrigen, damit ich es nicht vergesse, meine Herren, wer hat eigentlich jetzt die Anlagen zu dem letzten Antrag des Herrn Oberstaatsanwalts? Herr Joschko, und haben Sie die noch nicht weitergegeben? Ja, also das habe ich ja doch damals extra drum gebeten, dass das schnell läuft von einem zum anderen. Wir müssen das doch wiederhaben. Bitte? Eben bekommen. Herr Dr. Bürger, haben Sie gehabt? Herr Knögel? Ja, ich habe es gehabt. Herr Göllner? Herr Jugel? Dr. Aschenauer? Ei, 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 ei. Schalas? Schalock? Erhard? Steinacker? Sie haben es gehabt, Ihnen habe ich ja gegeben. Joschko hat es? Und Dr. Reines? Reines hat es gehabt. Reines hat es gehabt. Also, dass jetzt noch Jugel, Dr. Aschenauer, Schalock und Erhard und Bürger noch beteiligt sind. Meine Herren, tun Sie mir den Gefallen und geben Sie das über das Wochenende allen anderen. Ja, das möchte ich bitten. Geben Sie es vielleicht heute dem Herrn Bürger, damit es der Herr Bürger dann an den Herrn Jugel weitergibt. Und der Herr Aschenauer kommt ja am Montag. Ja, also geben Sie es dann erst dem Herrn Dr. Aschenauer. Und sehen Sie doch zu, meine Herren, dass das in ein paar Tagen durchgelaufen ist. Herr Staatsmann. Herr Vorsitzender, wenn der Angeklagte Mulka einräumt und dass er auf Befehl des Kommandanten, einen Befehl des Kommandanten, der den Arbeitseinsatz betrifft, nämlich den Aufbau der Krematorien durch Häftlinge weitergegeben hat, so ist ja wohl auch dieser Vorgang über den Arbeitsdienstführer gegangen. Denn der Einsatz der Häftlinge, die das Krematorium aufbauten, der wird ja wohl auch letzten Endes von dem Arbeitsführer organisiert worden sein, auf Befehl des Kommandanten, weitergegeben durch den Adjutanten. Es ist nun nicht einzusehen, warum das nicht bei dem Sonderkommando... Zeit geschwiegen, Herr Vorsitzender, aber jetzt artet es zum Plädoyer aus. Die Formulierung, es ist nicht einzusehen nach dieser umfangreichen Voranschickung, die vielleicht als Vorhalt geeignet worden wäre, die ist sicherlich unzulässig. Ich schließe daraus. Ja, Herr Staatsmann, was Sie schließen, können Sie im Plädoyer tun. Ja, oder nicht jetzt hier. Ja, nun Gott, ich muss mich hier in diesem Fall über Sie an den Angeklagten Mulka wenden, Herr Vorsitzender, und ich möchte, dass dem Angeklagten Mulka ein weiterer Vorhalt gemacht wird. Ja, also wir haben im Augenblick die Vernehmung dieses Zeugen, und die ist noch nicht abgeschlossen, und die wollen wir jetzt erst einmal abschließen. Dann können Sie vielleicht noch vor allem... Nein, die Dokumente sind noch nicht verlesen, und sie sind auch gar nicht in unserem Besitz, sondern wir hatten sie dem Rechtenwald, Dr. Reiners, gegeben, und haben sie noch nicht zurückbekommen. Also wir müssen da bis zum... Vielleicht, Herr Dr. Jogel, werden Sie sich mal darum kümmern, nicht? Ja, das bin ich sehr gerne, aber meines Wissens ist ja Dr. Reiners zum Reist. Ja, ja, das ist mir bekannt, aber vielleicht kommt er auch mal wieder zurück, nicht? Das hoffe ich. Ja, ja. So. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind an den Zeugen, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Ich muss... ... ... ... Vielen Dank.